Dann gehen wir ins DSA Seekampfsystem nach Effardswogen 124 fortfolgende. Wir haben ein Szenario und zwar sind wir kurz vor Port Zornbrecht. Wir befinden uns im Mitte Raya, das heißt einige Tage, Wochen und Monate sind vergangen. Und ja, ankommen werden jetzt die erste Schar von Piraten, die mit den Speeren, sei Dank, die Festomiser konnten sich mit einigen gebrochenen Planken retten, konnten berichten. Es handelt sich dabei vornehmlich um Taluken und um später folgend zwei Trierämen, die Paligan euch entgegengeschickt hat und leider sind noch nicht alle, die man gebraucht hat, da, sondern nur ein kleines Abwehrmanöver, was die ersten Schäden hoffentlich beseitigen kann. Ja, die Arranier haben sich selbstverständlich der Flotte angeschlossen, vornehmlich dann den Heldin. Und ja, an Bord haben sich natürlich die Kapitäne dann versammelt, die jetzt ihre Schiffe im Seekampfsystem unter Beweis stellen können. Auch gegen eine Übermacht. Sie werden ihrer Wirt gedacht werden. Gut, das erste, was wir machen, ist, wir legen die Windstärke fest auf drei. Damit ist bestes Segelwetter. Und ja, auch geruderte Schiffe fahren ganz normal ohne Einschränkungen. Wir haben auch keine großen Schiffe, die da irgendwie als Potte oder Karacke dann Einschränkungen haben. Ja, es ist auch kein Sturm, was dann Sturmproben bedeutet. Ja, gerade wo ich muss die 5 gar nicht anlegen. Genau. Also es ist bestes Wetter. Wetter. Wir wissen allerdings noch nicht, woher der Wind weht. Und das legen wir mit einem W6 fest. Eins. Das könnte sogar ganz gut sein. Wir gucken auf diese Tabelle hier. Fangen oben an. Gegenwind. Beziehungsweise... Wir gehen einfach von oben... Wir gehen auf diesen hier. Das ist die 1. Das ist die 2. Die 3. Die 4. Die 5. Und die 6. Das ist voll vor dem Wind, also. Genau. Dann lege ich jetzt einfach mal unserer Windrichtung. Da schreibe ich... Ja, mit einem schönen Pfeil. Und das ist nicht so bird für uns. Das gibt euch zumindest mehr... Mögliche. Manövrihbarkeit. Ja, man fühlt sich gegen das. Das wird schlechter gegen Wind. So, das ist die Windrichtung. Warte, wo ist Louvre und wo ist Lee? Ich verwechsel das immer. Louvre und Lee ist links und rechts. Nee, eben nicht. Das hängt davon ab, wie der Wind weht. Louvre ist windwärts. Lee ist... Also, Wind aufwärts. Lee ist Wind abwärts, meine ich. Keine Ahnung. Ist das wichtig? So. Das ist wichtig. Wenn der Wind... Wenn der Wind von schräg hinten in euer Segel greift, dann seid ihr mit der aktuellen Bewegung mit rauem Wind. Und ich segle gegen den Wind. Aber ich habe nicht Gegenwind, sondern das heißt Amwind. Ich würde sagen, du segle es Am nicht gegen. Genau. So, dann kreise ich mir mal meinen ein. Mit meinen Taluken bin ich am Wind. Dann habe ich nur noch eine Beweglichkeit von 2. Und ihr seid mit euren Biremen bei rauem Wind. 4. Und die Beweglichkeit bleibt gleich. Du meinst die Geschwindigkeit. Ja. Genau. Die Beweglichkeit ist die Drehbarkeit. Das bleibt gleich. Und die Geschwindigkeit. Ich mache euch das einmal in grün. Es ist zu bemerken, wenn ihr im Ruderübertrieb fahrt, könnt ihr auf der Stelle drehen. Falls ihr so rollt. Das sind vornehmlich die Gegner. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Biremen. Und wir haben eine Triereme, die Winde des Patriarchen, gesteuert von Hage. Ist die auf der Counter? Ach ja, da ist sie. Genau. Ich muss doch gerade schauen, wo ist die Triereme. Die ist auch aktuell. Ich habe zu rechts. Eine Sorge, ich bin unser Trangst. Die ist grün. Das sind unsere aktuellen Geschwindigkeiten, nicht die Beweglichkeiten. Damit haben wir die Windstärke und die Windrichtung bestimmt. Dann gehen wir quasi direkt in die Besatzungsphase. Takelungsart müsst ihr, glaube ich, nicht wechseln. Doch, ich möchte Takelungsart wechseln. Okay, gut. Du möchtest direkt die Takelungsart wechseln. Ich möchte volles Zeug setzen lassen. Volles Zeug. Das heißt, du möchtest deine volle Geschwindigkeit benutzen. Ich gehe davon aus, wir haben zu dieser Stelle den Feind gesehen und uns entschieden, anzugreifen. Ich, ja, genau. Also, wie gesagt, Speer hattet ihr. Dann könntet ihr... Volles Zeug, das kriegt 2.0. mehr. Die Tabelle ist immer auf. Ja, ich muss erst eine Crewprobe bestehen. Wir haben 15, ne? Ihr habt eine Qualität von 15, ich habe eine Qualität von 13. Das sieht mir echt so aus, als wäre... Warte, das ist eine Manöverprobe. Ja, einfach die Qualität gegen Würfeln mit einem W20 auf deine Qualität, die nicht von 1 bis 7 bestimmt wird, sondern von 1 bis 20. Es gibt keine allgemeinen... Okay, ich habe nur noch allgemeinen Modifikationen gesucht. Okay, dann hier mit Kanon, hier sind wir 20. Dies ist gelungen. Wir setzen vor das Zeug und da... Warte, 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 warte. Was, was? Nee, Wurfel, genau. Schoko und Hagen sind gerade connected, deswegen war... Ich wollte gerade sagen, bei mir liegt der. Ja, nee, es lag daran, dass die beiden gerade connected sind. Ist die 13. Die 13, ja, ich sehe sie auch. Äh, damit erhält die... Ach, wie heiße ich? Dache von Farokant einen Punktgeschwindigkeit mehr, solange sie Wind hat. Sind die Boote schon verteilt? Ja, das heißt, es müsste 1 für Terra frei sein, wenn er noch gar nicht hatte. 1 für Terra müsste noch frei sein. Wir haben uns extra im TS umeinand, äh, einige. Okay, alles klar. Welches ist denn noch frei? Nur, dass ich weiß, welches ich dann steuere. Äh, okay, ich bin Stache von Farokant. Rafim ist, äh, Shoko ist Agostane. Versprechen aus Holz ist auch weg. Der von Palmyra-Bad hat, ähm, Hage. Nee, Hage hat den Al-Lanfana. Ich dachte, Hage hat zwei. Nee, äh, ist ein sechs Schiffe. Dann haben wir jetzt eins zu viel. Nein, ist ein sechs Schiffe. Warte, oh, nein, wir sind sechs Schiffe. Nee, okay, ich kann's sehen. Ich nehme, ich nehme den Stern von Palmyra-Bad. Dann hätte ich sowieso genommen. Right, ja, der ist dann noch frei. Alles klar, dann benenne ich mich auch gleich einmal um. So. Hage verrät, Palmyra-Bad. Mhm. Dann können wir uns eigentlich bewegen. Normalerweise bewegt man sich verdeckt. Das heißt, äh, man notiert seine Bewegung auf einem verborgenen Zettel, die dann alle gleichzeitig geöffnet werden. Und, äh, dann wird die Bewegung gleichzeitig ausgeführt. Äh, wir machen das jetzt einfach an der Stelle so, dass, äh, ja, ich bin leider, äh, mit zwei Punkten nur gesegnet. Und, und das wird ein bisschen länger dauern, bis ich da bin. Aber, ja, damit muss ich leben. Technisch gesehen dürften wir uns jetzt zweimal bewegen, bevor er sich zum ersten Mal bewegt. Ja, gut, aber ich glaube, es ist jetzt gerade egal. Bei dem Abstand kann man auch erstmal gleichzeit ziehen. Äh, warte, saß noch jemand Manöver, oder war ich der Einzige? Ich hab nichts gemacht. Okay. Gut, dann bewegen wir uns. Sag mal, ist, ist das hier ein Strand? Sind wir hier direkt an der Küste? Ja, wir sind an der Küste. Ja, guck dir das mal an, STRG F. Hier ist die Zorn, hier ist Port Zornbrecht und, äh, dann ist der Rest hier Strand, genau. Das heißt, das hier ist seichtes Wasser und das ist offenes Gewässer. Ich weiß nicht, wie es mit euch geht, aber ich möchte nicht ins offene Gewässer. Ich auch nicht. Ich möchte in, äh, es bestimmt passiert, direkt an der Küste bleiben. Die Galeren sind Binnenschiffe, ist fine. So, ich bewege mich mit meinen Talokken. Zwei Punkte, weil wir alle, ähm, am Wind sind. Ne, vor dem Wind, ich muss grad gucken. Wir sind alle am Wind und sie drehen sich auch, ähm, noch nicht, weil sie auf euch zukommen wollen. Mit Ausnahme meiner Tri-Rähme. Die ist, ähm, ja, die fallen zurück. Die haben nur eine Geschwindigkeit von 1. Das heißt, die können sich nur einbewegen, aber die werden sich dann tatsächlich drehen. Äh, damit sie dann auch, äh, eine andere Geschwindigkeit haben. Das ist natürlich schlecht, dass sie sich jetzt aus dieser Formation trennen müssen. Aber anders geht's nicht. Ich will jetzt nicht dem Feind helfen, aber sie könnten stattdessen in, äh, also sie hätten in der Manöverfaser den Mast umlegen können. Dann wäre sie unabhängig vom Wind. Ja, die können rudern als, äh, es muss dann auch an der Runde haben zu haben. Du kannst nur entweder segeln oder rudern. Ah, siehst du, rahmen, dann kannst du dich für drei Runden auf der, äh, Geschwindigkeit bewegen. Ne, auf Rudergeschwindigkeit kannst du dich immer bewegen. Du musst dich vorher an der Runde auf den Rudern, ach so, rahmen, 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 rahmen. Entfernung haben, ich muss gerade mal schauen, das sind noch, äh, das ist noch eine Meile Entfernung. Hier geht's für Hexfelder, Hexfelder, äh, Reichweite, äh, Hexfelder, äh, Reichweite, äh, 100 Meter. Aber wir können uns jetzt vier Felder bewegen, oder was ist das? Wenn du dich nicht drehst, genau, vier, vier Felder einfach nach, äh, Süden, sag ich mal. Du kannst hier auch vier Felder und dann auch mal drehen, kannst du auch. Genau, kannst du auch machen, dann wird aber deine Geschwindigkeit wieder anders berechnet. Könntest dich natürlich auch vor dem Wind drehen, dass du mehr Geschwindigkeit hast. Also du hast eine Bewegung jetzt natürlich, äh, alle, äh, zeitgleich gemacht, aber eigentlich würde es Sinn machen, äh, zumindest gleich, wenn wir auf Reichweite sind, dass wir dann zumindest die Abschnitte durchgehen, aber ich glaube, jetzt ist es egal. Genau, genau. Weil, ich nenne mich der Antwerter halber, äh, ich werde einfach mal, wir gehen von links nach rechts, oder? Aber gleichzeitig egal. Ich will mich ja auch einfach auf 1, 2, 3, 4, 5 Felder vorwärts bewegen. Äh, du darfst fünf, ja, die anderen vier. Weil ich volles Zeug gesetzt habe. Die anderen nur vier. Und ich generell vier. Fri, Rehme, fünf, genau. Äh. Eins schon fehlt noch. Wichtig für die anderen zu wissen ist, dass wir unsere Bewegung ganz unabhängig von den anderen machen, äh, da unsere Bewegung eigentlich schon feststehen soll, sobald die anderen sich bewegen. Also wir können nicht auf die Bewegung unserer, äh, Teamkameraden oder der anderen reagieren. Zumindest nicht in einer Runde. Aber wir können gleichzeitig auf demselben Feld sein, ja? Das funktioniert, ja. Wenn du gleichzeitig auf demselben Feld mit einem anderen Schiff bist, kannst du entweder versuchen zu entern, zu rammen oder es aus der Nähe zu beschießen. Oder abzuschädigen die Ruderer. Ja, sollte man natürlich nicht machen, äh, aber ein Feld sind 100 Meter. Du musst jetzt einen nach links, der ist Eulhock und dann kannst du, egal. Gut, im Prinzip war das auch schon die allererste Phase und, äh, wir überspringen den ganzen anderen, äh, es gibt keine Rammproben, keine Riffproben, keine Sturmproben, die Batterien schießen nicht, ähm, es gibt keine Brände an Bord, also wir gehen in die nächste Kampfrunde und wir bewegen uns wieder. Wind wird nicht neu ausgewürfelt. Stopp, stopp, stopp. Eigentlich könnte sich der Wild wieder drehen, das wir schon in jeder Runde neu aus. Naja, es wird nach der zweiten Runde einmal ausgewürfelt. Der Wilder Reichen kann mit dem Metronauten schießen, jetzt füllen wir Inferno. Moment, die Wille des Patriarchen. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, reicht nicht. Verräuchte doch, der mit der Reichweite, äh, extrem weit ist 5. Ja, und der Gegner ist aber 6-Felder. 1, 2, 3, 4, 5, reicht nicht. Das wäre das 6-Felder. 1-Felder ausreichweilt. Hätte er vorne das Zeug gesetzt, könnte er jetzt schießen. Genau. Nächste Kampfrunde, die zweite. Ja, Wind bleibt gleich, ähm, wir haben keine Wettermagier, nicht bei euch, nicht bei uns. Und, äh, ja, wir haben Hochsommer, also gibt's auch keinen Grund dafür, dass sich der Wind regelmäßig dreht. Wir haben auch keinen Sturm, dass er sich regelmäßig dreht. Der Wind bleibt identisch, Punkt. Ich habe Fragen. Ja. Äh, gibt das Gründe nicht dieses volle Zeug zu setzen, das, äh, darung gesetzt hat, oder? Du musst eine, ja, eine Mannschaftsprobe machen und wenn du die, wenn du die versaust, verlierst du Schnelldessen, diese Runde 1, Punkt Geschwindigkeit. Du hast dann aber trotzdem die Segel. Okay. Und, äh, das andere ist, wenn man jetzt vor dem Wind sein wollte, äh, wollte, wir wollen ja immer noch in die gleiche Richtung, was würde man dann tun? Ähm, du musst dich drehen, dann fährst du nicht mehr nach Süden, also immer noch nach Süden, aber du fährst dann, ähm, aufs offene Meer. Ja, aber vor dem Wind sein macht dich nicht schneller, das macht dich langsamer. Okay. Also schräg, schräg Wind von hinten ist das Beste, was geht. Genau, da kommst du, da kommst du auf diese Tabelle. Man kann nämlich tatsächlich, man kann nämlich tatsächlich schneller segeln, als der Wind weht, weil, wenn die Segel seitwärts angesetzt werden, dann erzeugt sich da so ein Sog und der zieht dich im Grunde quer, also es zieht den Kahn im Grunde quer. Das funktioniert aber halt nur, wenn er nicht direkt von hinten kommt, weil ansonsten kommt er nur direkt von hinten, du kannst nur diesen Wind mitnehmen. Das ist ja auch die Möglichkeit mit dem Kreuzen, oder? Genau, deswegen kreuzt du. Du kreuzt, wenn du gut bist, wenn du schlecht bist, haltst du ihn, weil das verhindert, dass du tot im Wind hängst. Hier, Chamberlain, das kannst du dir hier mal angucken. Raum ist 4 und vor dem Wind ist 3, das heißt, wenn er von ganz hinten kommt, bist du langsamer, was eigentlich widersprüchlich ist, aber es ist so, auch bei allen anderen Schiffen ist es so. Okay, ähm, alles klar, dann würde ich das mit der Tacklung, glaube ich, auch versuchen, weil, ich meine, wenn wir jetzt mal da... Stopp, wir müssen zurück. Ein Hager merkte gerade, dass seine Trehrema eine schneller ist als wir. Äh, so ist es. Und das bringt dir den Karte vollkommen recht. Also das bringt dir den Karte, aber nicht ein zu wenig gezogen. Und ich kann tatsächlich Schähe schießen, das heißt, in der ersten Runde wird es bereits... Aber das ist ja ein Fehler von dir gewesen. Wenn du nicht die vollen 5 fährst, musst du die vollen 5 fahren? Nein, da muss ich nicht, nein. Ja, dann bist du sie auch nicht gefahren, fertig. Alles klar, gut, äh, mein Fehler, deswegen kann... Naja, gut, nicht so wild. Nö, nö, es ist ja noch alles, alles offen. Ähm, ist die, ist die Trehrema genauso bewaffnet? Die Trehrema hat, ähm... Hätte ich jetzt einfach gesagt, ja. Ich gebe, ich gebe der schwere, ich gebe der schwere Rotzen. 2-2-2, gebe ich dir schwere Rotzen. Da will ich aber keine schweren. Warum wieso keine schweren? Rotzen sind scheiße. Nein, nein, schwere sind besser als mittlere im Seekampf. Also besser als mittlere, ja. Wir machen alles, wir gehen genau gleich, wir machen einfach nur zwei Schaden mehr. Am besten sind natürlich die leichten Rotzen. Aber nicht im Seekampfsystem. Die schießen ein Feld weiter, genau. Die schießen ein Feld weiter, genau. Auf einem Ruderschiff, auf einem Ruderschiff ist ein Feld, aber haftet aus der Reichweite der anderen. Was? Ach so, ja, stimmt. Nee, nee, das geht, das bedeutet nur, dass deine kurze Reichweite bis 2 geht, das heißt nicht, dass sie auf 2 anfängt. Oder was meinst du? Doch, genau das. Also, nee, sie kann maximal 6 weit schießen. Also, dass man das schießt, kann man den die ganze Zeit weg, äh, davon, äh... Ach so, ich hab... Auf die Distanz, ja. Ja, gut, aber du fährst ja sowieso auf sie zu und nicht von ihnen weg. Da gesagt, das sind nur zwei. Ihr fahrt ja auch nicht parallel. Also, die wird sie erst dran. Dann machen wir die Schwierigkeit. So, ähm... Ja, normalerweise, ihr habt ihr höre in der Schwierigkeit, das heißt, ihr fahrt, ihr fangt einfach mal an. Okay, wir machen noch nicht nach Hause. Ja, doch, wir können, wir können uns auch im Prinzip gleichzeitig bewegen. Ja, relativ ist die Schwierigkeit, die 6er, du und, äh, die Trier-Rehme. Äh, ich hab 5. 5. Die Trier-Rehme und die B-Rehme, ja, das fängt an. Du hast gerade alle gezogen. Ja. Ach so, okay. Die gefahren alle zwei Felder gut. Wartet, aber du hast gerade eine gedrehte Trier-Rehme auch zwei Felder gezogen, das wäre der Seitwärts für den. Äh, ja, die nicht. Ähm, die bleibt da stehen und die anderen beiden kommen auch nochmal zwei mehr. Mit, 1, 2. Okay. Die Trier-Rehme ist jetzt auch am Raumwind, das heißt, die kann jetzt 5 fahren, ne? Äh, sie... Ja. Warte. Kommt von da oben. Ja, das Raumwind. Lässt. Genau, genau, jetzt kann ich 4 Felder fahren. 1, 2, 3, 4. Okay. Ja, macht ihr. Äh, und zwar... Hä? Haben die Gegner auch Bewaffnung nach vorne oder sind die quasi nur von den Seiten gefährlich? Äh, das sehen wir gerade nicht. Das sind Taluken, ähm, ich geb denen, ähm, zwei auf die Seite. Also, äh, immer zweier. Ja, das waren zwei Batterien mit mittleren Rotzen. Das heißt, die müssten sich dann noch drehen, der nach vorne raus haben die nichts. Ja, siehst du, das ändert man einen Plan, nämlich gerade spektakulär, denn dann, Hage, wenn ich mich jetzt, ähm, auf am Wind drehe, finde ich sofort die Bewegung? Nein, nein. Nein, am Ende ist die nächste Runde, jetzt. Weil ich weiß, wenn ich mich in den Wind wäre, würde ich ein Punkt bewerben, aber das habe ich ja nicht vor. Okay, ich werde auch mal anfangen, ne? Fangen du an, ja. Okay, und zwar, wir bewegen uns ein Feld und gleichzeitig drehen wir uns um ein Feld nach links, das können wir in unserer Bewegung tun. Ja. Steuerung. Dann, was ist so, ich brauche die, so, okay. Und dann bewegen wir uns eins, zwei, drei, vier, fünf. Und hier der Fünfte, der will von das Zeug gesetzt haben. Hört sich mir aber stark nach Unfug an. Also, dass du die Bewegungsreichweite dann trotzdem ein Minuten mitnehmen kannst, wenn du dich direkt nach dem ersten Zug drehst. Die Geschwindigkeit ist ja noch in den Segeln. Deswegen habe ich dich gefragt. Also, ja, ich werde jetzt nicht, also, nächster Zug wird dann die Windrichtung bestürmt und nächster Zug habe ich auf jeden Fall die Geschwindigkeit raus, aber dann bin ich ja schon in Position. Ich werde jetzt nicht nach jedem Drehen neu bestürmen, weil da wirst du völlig irre. Das funktioniert auch nicht. Also, du verlierst Geschwindigkeit, wenn du nicht wirklich in den Gegenwind drehst. Guck mal, Hage, guck mal, er hat ja von hier hinten, hat er die Geschwindigkeit aufgenommen. Hier, die ganze Zeit bläst der Wind rein und jetzt dreht er sich und fährt mit der letzten Geschwindigkeit aus. Wenn es dich beruhigt, ist es auch egal, ein Feld weniger würde den Plan genauso funktionieren lassen. Genau, und dann warte, ich bin nicht fertig und warte auf die Geschützphase. Gut, dann nächste Bewegungsphase. Ich gehe einfach mal nach links, Agostana. Gern, Gedanke, rein, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Eins, zwei, drei, vier. Vier. Du drehst dich auf, alles klar. Er hält sich nämlich, er hält sich nämlich aus der Breitseite raus. Klammer mal. Gut, dann der nächste, Stern von Palmyrabat. Ich gehe nur drei. Eins, zwei, drei. Und würde mich dann gerne auch drehen. Du willst dich drehen? Gut. Ja. Dann dreh dich. Versprechen aus Holz. Wie weit können wir denn schießen? Fünf. Aber näher dran ist besser. Ja, also, ich sehe jetzt wieder darum, dass wir am Ende der Bewegungsphase schießen, den Fehler, den ich vorhin, oder das, was ich vorhin schon ansprechen wollte, ist, dass wir die Bewegungsphase dann auch nicht mehr weiterführen wollen. Würde ich jetzt beispielsweise rammen wollen, was ich mit meiner Bewegung schon tun könnte, würden die Leute, meine Kollegen, erst dann schießen, wenn ich dann ebenfalls gerammt habe und auf demselben Feld bin. Also, aber das ist egal, wir können euch nicht versehen. Also, könnte ich zum Beispiel hier hin und dann schießen? Ja, aber dann bist du auch auf deren Breitseite. Okay. Und Schoko ist da nicht, weil er noch zu weit weg ist? Genau. Doch, auf Schoko kann ich auch schießen. Äh, nicht noch mal im Diagramm. Ein, eins, zwei, drei, vier. Ja, aber deine Breitseite geht nur... Mit der Vorderung ganz bestimmt. Ach, mit der Vorderung. Ja, mit der Vorderung. Genau. Ich dachte, das Ding kann ich nach vorne schießen. Genau, die haben nach vorne raus, haben die keinen Bösebesitz. Ah, doppelt besser. Doppelt besser. Aber zur Seite halt. Dann muss ich jetzt nicht mal Hager anbetteln, dass er da reinrammt, um schon mal eine rauszuhaben. Das ist doppelt gut. Das heißt, ist es sinnvoller auf dem gleichen Feld wie da Rufung zu hängen? Ist zumindest nicht verkehrt. Ja. Also man kann sich auch hierhin oder hierhin bewegen, das würde auch gehen. Deren Breitseite geht so in etwa hier lang. Okay, jetzt wo ich sage, ja, Frosty muss schauen, ob er auf dieses Feld schießen kann. Ja, warum denn nicht? Nach vorne ist es eigentlich zur Seite und nach oben und Breitseite ist wirklich eigentlich nur schräg nach unten. Genau, und dann drehen, oder? Es gibt Wirtli einen Winkel zwischen Backboard und Voraus, in dem er gar nicht hinschießen kann. Das ist dein Ding, du hast dich aber einmal gedreht. Wenn du von da gekommen bist, drehst du dich einmal in diese Richtung. Und das heißt, ich verliere Bewegungspunkte in der nächsten Rolle. Nächste Phase, genau. So, dann machen wir weiter mit der Rote von Sorgarn. Ja, das bin ich. Ich würde mich dreimal wiegen und zweimal drehen. Er flieht aus dem Kampf. Einmal drehen. Zwei nochmal wiegen, drei nochmal wiegen. Zwei, drei. Und zweitmal drehen wir in die ursprüngliche Richtung. Alles klar. Wir stehen und warten ab um die Schussphase. Gut, dann, ja, nach vorne hin. Die haben, wie gesagt, hier vorne nix. Ist auch ganz clever. Will das Patriarchen, die Alan Fahner. Der agiert sofort, also der zieht sich sofort, wie der in Neptuls dran ist. Aber er macht im Grunde das, was ich eben schon angesagt habe. Er fährt zweimal und dreht sich oder dreht sich direkt und fährt dann drei oder viermal und geht ran. Eins, zwei, drei, vier. Du wechselst also auf das gleiche Feld wie die anderen beiden, die Güldenglanz und die Eisbrecher. Welches für Frams, die Linkwolle-Richter? Das ist egal. Oder recht ist fix? Achso, das ist ja... Die, ich überlege gerade, die Güldenglanz... Ne, die Eisbrecher ist beschädigt. Die Eisbrecher ist schon beschädigt. Ja, das sind beides Taluken. Also, denkt sich der Wille des Patriarchen, versenkt die Eisbrecher jetzt. Und ich wirfle ein B20 auf die Rammprobe. So, nach der Bewegungsphase gehen wir auf die Rammprobe. Das ist das, was als nächstes kommt. Du würfelst deine Qualität. Und mit der 2 ist das weit unterwürfelt. Okay, ich wollte gerade sagen, die ist erleichtert nochmal einzuweichen. Ja, also genau, wir würfeln immer erstmal unsere Proben. Und danach können wir nochmal schauen, ob das irgendwie knapp ist. Aber mit der 2 ist es nicht knapp. Weil ich die ist herausragend gewürfelt, weil unterhalb wird. Stimmt. Das kommt jetzt dazu. Nichtsdestotrotz darf die Eisbrecher versuchen auszuwürfeln. Äh, zu weichen. Das ist auch nur eine Qualitätsprobe? Genau, auf deine Matrosen, also seine Qualität. Ähm, warte. Ist deine Beweglichkeit 4 oder mehr? Äh, ich glaube aktuell nicht, ne? 2. Nein. Nee, Beweglichkeit, nicht Geschwindigkeit. Ah, seine Beweglichkeit ist 4 oder mehr? Ist 4. Aber das ist schon fest angeschlagen, oder? Das ist egal. Es muss unter der Hälfte sein, wenn wir zur Beweglichkeit verlieren. Entsprechend bekommt er eine Einsererleichterung auf die Probe. Er kriegt eigentlich für jeden Punkt Beweglichkeit, bekommt er eine Minus 1, glaube ich, oder? Nee. Für Beweglichkeit 4 oder drüber, kriegst du einfach eine starre Minus 1. Und wenn du 2 oder weniger hast, kriegst du eine 2 Erschwernis. Nee, ist es nicht. Und, äh, wenn wir irgendwas rammen wollen würden, müssten wir eigentlich erstmal die Segel einholen? Äh, eigentlich nicht, ne? Ja, nein. Äh, das ist ja besser. Wenn du natürlich auf Rammgeschwindigkeit rudern möchtest, so, je schneller du bist, wenn du das Schiff rammst, desto mehr Schaden machst du. Mhm. Ähm, und wenn du rudern willst, musst du vorher den Mast umlegen lassen. Das passiert am Anfang des Zuges in der Manöverphase. Das ist eine Probe. Und wenn du den nicht schaffst, wird der Mast trotzdem eingeholt, aber du verlierst einen Punkt Geschwindigkeit in dieser Runde. Er kriegt nochmal Minus 1, er hat, äh, Rumpf, oder 150, wir hatten den Kanal. Nee, er hat nicht 150. Er hat, äh, 80. Was so geht? Durch die Manöver, plus 2, wie ist Manöver? Er hat er ja noch nicht. Ach so, ja, ich denke, die Qualifikation müssen wir uns mit einer 2 auch gar nicht anschauen. Nee, äh, darf trotzdem ausreichen. Wir haben strategisiert, wir sind in der Ausweichprobe der Rammfaser. Genau, das heißt, du machst diese Probe mit einer Erleichterung von einem Punkt, weil deine Beweglichkeit über 4 liegt. Also 4 oder höher. Äh, nicht Beweglichkeit, Beweglichkeit. 19, nicht geschafft. Dann versenkst du jetzt, weil du 85, sorry, 84 Punkte Rammfschaden nimmst. 84. Moment, also, ich hab eine, ähm, Talucke, ich hab 35 Rumpfpunkte, warum machst du so viel Schaden? Okay, so, wir haben ein zwanzigstel der Rumpfpunkte des Rammenden. Okay, dann mach einfach mal einen Schaden, ist okay. Ich mach da einen Schaden, sind 8. Das wird multipliziert mit der Summe, weil von vorne gerammt wird, der Geschwindigkeit des Rammenden, sind 5. Und der Geschwindigkeit des Rammenden, sind 5. Multipliziert, hast du gesagt? Sind 8 mal 7, sind 64. Nein. Nein, jetzt mit, was? 7 mal 18, 56. So, 6 mal 15. So ist das. Das wird jetzt multipliziert mit 1,5, weil die Rammensporn, Wille des Patriarchen über einen Rammensporn verfügt. Das ist korrekt. So, sind 84 Punkte Schaden. Auf den Rumpf. Und damit gehst du unter. Technisch gesehen darfst du davon jetzt, technisch gesehen darfst du davon jetzt einen Punkt Härte abziehen, wenn's dich fröhlich machen. Davon krieg ich ein Viertel selbst. Nein, nein, du kriegst von den 56 ein Viertel selbst. Ja, also, die tatsächlich angehört. Es wird erst der Schaden bestimmt und dann, normalerweise kriegt der Getroffene den vollen Schaden und die Hälfte, aber weil du einen Rammensporn hast, kriegt der Getroffene den 1,5 und 1,5 und nur den Geviertelten. Naja, ich krieg ein Viertel von, wie viel hat er denn? Denn ich kann ja nicht mehr Schaden anrichten, als er hat. 35 für die Talocke. Stimmt, das macht sein. Ich mein, das steht nicht so. Ach ja, weißt Anna, wovon er ist? Wovon er ist in den Regeln Punkt 4,7 ist? Es wird an Verweisung von 4,7 gemacht, aber es gibt keinen Punkt. Es gibt nur 4,6, ja. 4,6 ist das Treiben, sehr schön. Dann haben sie es vergessen. Ja, aber für ihn vielleicht wichtig ist, wenn den Schaden kassiert, er verliert ein Drittel der Mannschaftsstärke, also ein Drittel der Punkte an Schaden bei sich jetzt an Mannschaften. Ach so, ja, weil die jetzt umhergewöbelt werden. Ja, so. Was sind das, 3 Hansel, 4 Hansel? Nein, ein Drittel von... Ein Drittel von... Warte, er hat ein Viertel von... Er hat ein Viertel von 35, genau. Ich kriege 9 Schaden. Rumpf, Rumpf Schaden. Nee, 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 das darf ich auf Lage und Rumpf verteilen. Das heißt, 4 Rumpf, 5 Takalage. Und davon sind dann ein Drittel tatsächlich auch Mannschaftsschaden. Und dann muss er verteilen in den Drittel und dann die höhere Matrosenwert und der Tiefe... Also zwei Matrosen und ein Seesoldat. Ja. Okay. Und dann, wir sind immer noch in der Manöverphase. Wir sind aktuell in der Ram-Phase. Sonst gibt es niemand, der Ram kann oder will ein zweites Mal Ram... Nee, wir sind an 4.21 Ram vorbei. Wir sind in 4.23 Ausweichen gewesen. Und jetzt kommen wir in 4.24 Nabelschuss rein. Da er sich nämlich auf demselben Feld wie ein Schiff befindet, darf er jetzt noch Nabelschuss ansagen. Jetzt gehen wir aber erstmal auf die Initiative, oder? Wenn das andere Schiff ebenso Nabelschuss ansagen möchte, dann ja. Ja, selbstverständlich. Ich bin ja genauso nah bei dir dran. Das heißt, wir gucken uns jetzt mit 2W6 an, wer als erstes handeln darf. Ich habe eine 5. Warte, die Qualität der Geschützbesatzung. Wir füllen erstmal deine 2W6. Erstmal deine 2W6, dann können wir mal gucken, ob es überhaupt eine Modifikation braucht. 9. Du bist sowieso mit deiner Qualität höher als ich und sämtliche Modifikationen aufgeschlagen, wirst du als erstes schießen dürfen. Dann darfst du jetzt eine Geschützprobe ablegen. Ich passe meine 2 Ehrenrotzen, die ich an der Seite habe, zu einer Batterie zusammen. Und damit mit einem W20 auf 15, die natürlich noch modifiziert wird. Falls das denn überhaupt relevant ist. Qualität 7, das ist weit unter deiner Qualität. Das ist die Hälfte. Das heißt, das ist ein Angriff. Wow. Das ist krass. Du machst also einen normalen Schaden. Absichtlich hart. Auf welcher Seite stand nochmal das mit den... Mit dem? Ich guck gerade auf. Was suchst du? Mhm. Äh, die Seite. Welche Seite? Was wir bewogen? Wo das mit der Schützphase steht. 1, 3, 2. Genau, Initiative hatten wir gesagt. Ähm, jetzt kommst du mit deinem Schuss. Miner als die Hälfte ist eine hervorragende Qualität. Errichtet noch 1 Punkt Schaden pro Geschütz mehr an. Wenn die Miner als die Hälfte... Du hattest schwere Rotzen, ne? Die Machern... Ist das... Das heißt, da ich mit 2 schieße, bekomme ich da 2 Schaden mit drauf. Es sind 11 mal 2 sind 22 Rumpfschaden. Abzüglich 1 Punkt Härte. Richtig. Ich habe jetzt nicht Rumpf oder Takelage angesagt, aber ich denke, wenn wir nicht sagen, sagen wir immer Rumpf. Ja, weil das... Genau. Die Rumpfpunkte von der Takelage sind nur 35, die Takelage sind 110. Das macht also überhaupt keinen Sinn, dass du auf Takelage schießt. Ähm... Die Tabelle mit einer schweren Rotze mache ich auf den Rumpf 10 Schaden. Ich habe 2 davon, da sind wir bei 20 plus 2, da ich ein glücklicher Tackel habe. Da ich 2 Geschütze habe, sind das 22 Schaden auf den Rumpf. Hat 35, damit mehr als... ...weiß weniger als die Hälfte. Aber das wird erst am Ende der Phase wichtig. Genau, jetzt darf ich erst mal selber zurückschießen. Die Frage ist, sind das weniger als 3 Viertel. Und ihr verliebt noch Mannschaft, keine Mannschaft. 1,5-Jahr Mannschaften. Ja. Also 7. Richtig, die haben ja relativ wenig Mannschaft. Oh, auch gesagt, die haben jetzt noch 3 Mann über. Ja, damit schwierig. Kannst du Lundersie-Soldat abschießen, wenn du... Warte, er hat weniger als ein Viertel der Besatzung. Das heißt, er hat eine plus 4... Auf die Probe, dass ich überhaupt jetzt 3 1 Viertel. Oh, ich sage, ich war in der falschen Tabelle. Er hat oft geschützt, hat keine Auswirkung. Die 3 Mann werden die wohl nicht haben, weil die Zahl, die da angibt, ist immer die Zahl, die die am mindestens brauchen. Äh, das werden wohl immer ein paar mehr dabei haben. Das ist jetzt, was die Ansagen, wie viele dann auf den Taluken sind. Äh, ich hatte ja 10... Ich mache einfach 10 und 20 Soldaten. Äh, du weißt, dass dann sobald du ein Mannschaft da verlierst, dass du das Schiff nicht mehr führen kannst. Klar kann man das Schiff führen. Du kriegst erst Erschwernisse, wenn du unter der Hälfte bist. Aber das ist doch kein Problem. Unter der Mindestbesatzung. Aber das ist doch kein Problem. Dann ist das Schiff manövrieren fähig. Okay, alles klar. Ist doch gar kein Problem. Ich möchte ja nicht Paligans Taktiken irgendwie anzweifeln oder so, aber ich dachte, der Junge hätte mehr drauf. Naja, Moment. Also das sind erstmal Piraten. Du verlierst, wenn du die Hälfte der Besatzung verloren hast, dann verlierst du erst einen Punkt Beweglichkeit. Und nur Beweglichkeit, nicht mal Geschwindigkeit. Außerdem kriegst du zwei erschwerende Falleproben. Und bei 3 Viertel, dann verlierst du noch einen Punkt und blablabla. Und du findest dieses Regelsystem gut. Das ist eben noch gelobt. Hast du eine Ahnung mit wie vielen den Leuten du ein notfalls Segelschiff mit einem Mast bedienen kannst? Ich darf jetzt zurückschießen. Ich weiß nicht, dass du alleine segeln kannst. Weiß ich tatsächlich nicht. Ja, du darfst jetzt zurückschießen. 19, nicht geschafft. Da hat jemand nicht Fluchteckeri weggesehen. Gut. Dann ist der Nahbeschuss damit auch abgehandelt. Willebes Patriarchen ist durch und der Eisbrecher ist durch. Waren wir es alle für ein Felder? Nein, das ist nur der Nahbeschuss. Ja, Frage an den Wille des Patriarchen. Waren das alle für ein Felder? Ich bin... Warte, richtig? Nee, ich glaube hier. 1, 2, 3, 4. 1, könnenst du noch. Du hättest noch ein Felder. Dann gehst du auch noch. Alles klar. Fährst dran vorbei und lässt sie zurück. Okay. Damit ist die Bewegungsphase abgeschlossen. Gut. Jetzt kommt das Schießen. Ich gucke einfach mal von hier aus. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 6 schaffe ich nicht. Also können die hier unten alle nicht schießen. Der hier hat es eben versucht. Das war die Nahbeschussphase. Ich könnte nur mal nach da raus versuchen. Könnt ihr uns hier raus? 1, 2, 3, 4. Die Frage ist, ob der Winkel reicht. Ja, doch, doch. Den Winkel würde ich zulassen. Okay, in diesem Fall bestehe ich auf einer Initiative. Ja, die Initiative hatte ich schon gewürfelt. Das ist die gleiche. Ich nehme die 5 und Plus, Minus, Modifikatoren. Jeder von uns jetzt 2, W6 erstmal. Von der Stern und von der Amostana, ja. 9, 6. Da sind wir alle darüber. Genau, meiner wird noch modifiziert, um weniger Leute, die ich jetzt habe. Das ist aber auch okay. Ja, wie gesagt, dann dürft ihr alle vor mir schießen. Okay, die einfach der Teil war. Wir halten, der einfach der Teil war fasse ich mal auch zu einer Batterie zusammen und wir gucken erst mal, was passiert. Wie ist meine Quali 15? 15, ja. Also wenn du unter der 15 bist, wirst du auf alle Fälle schon mal treffen. Wir sind extrem weit. Das ist eine Plus 3. Wir sind Minus 1 für die Schütze, so Plus 2. Und das war's. Das war's. Das ist ein Treffer. Ja. Damit richten wir mit zwei mittleren Rotzen. Dann ist er schon verlinkt. Richtig, 16 vor Hertha. Ja, und er hatte ja schon Schaden bekommen. Dementsprechend sind beide Schiffe raus. Ich werde sie auch tatsächlich jetzt versinken. Ja. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal. Gut. Wie gesagt, alle anderen Schüsse sind im Prinzip egal. Können wir da noch überspringen. Die Reichweite nach hier unten ist nicht gegeben. Wir gehen wieder in die Bewegungsphase der nächsten Kampfrunde. Und ja, jetzt würde es vielleicht sogar Sinn machen, ich werde wieder nur 2, 1, 2 mich bewegen. Und was mache ich mit denen hier? Die haben jetzt Geschwindigkeit aufgebaut. Zumindest ein bisschen. Und zwar dürfen die sich 5 bewegen. Die werden sich einmal wieder drehen. Eine Bewegungsphase. 1, 2, 3, 4, 5. Und nach 5 drehen sie sich wieder zurück, damit sie wieder ihre richtige Bewegungsphase später haben. Haha. Die können auf die Wühne des Patriarchen schießen. Außer die Wühne des Patriarchen rudert jetzt ganz cheeky einfach ein Feld nach hinten. Aber habt ihr das gesehen? Und ja, ich werde die tatsächlich auch einmal alle drehen. Hede, ich habe es gesagt. Hede, ich habe es gesagt. Hatte ich recht oder hatte ich recht? So, das war meine Bewegungsphase. Ihr dürft natürlich jetzt euch auch bewegen. Und wir fangen ganz links an. Agostana. Okay, die haben sich jetzt alle da hingestellt. In der Hoffnung, dass ich da reinfahre. Ich weiß, dass wir weiter schießen können als deren Schiffe unten rechts. Also bleibe ich einfach stehen. Die können bis hier hin. Also warte, die Treremen können bis hier hin schießen. Die Taluken können 1, 2, 3, 4, 5. Die Taluken können auch so weit schießen. Die Alunfahner können ja zurückfahren. Die Alunfahner können idealerweise ein Schalt zurückrudern. Genau, also da reinzufahren ist ja offensichtlich selbst support. Also einmal die Segelkappen mit der Axt und dann zurückrudeln. Haben die Treremen vorne Geschütze und ganz links die Schiffe von ihr? Wissen wir nicht, würde ich aber denken. Die Treremen haben auch Geschütze. Ja, schwere Rotzen. Na vorne? Ja, ja, genau so wie ihr. Nur die Treremen haben zur Seite. So, Agostana, du bist der Erste. 3. Ich bleib' da stehen. Gut, alles klar. Hat er doch gesagt. Ja, ist richtig. Dann ist das jetzt auch eingeloggt. Stern von Palmyra Bad. Warte, Agostana, warte. Ach, zu spät. Ich glaube, du möchtest nicht einfällt, nach unten drehen. Nein, es wird auch nicht abgesprochen. Ich bewege mich. Ich bin nicht abgesprochen. Und ich wollte mich tatsächlich drehen. Warte so. Darfst du nicht, du musst immer auf eine glatte Seite gehen. So. So, du kannst Steuerung und Shift halten beim Mausrad, damit du ihn auch feine Reinstellung kriegst. Ja, das ist wichtig. Ja, da musste ich auch erst mal wieder drauf gucken. Gut, alles klar. Dann hast du dich ein Feld bewegt. Dann machen wir mit der Versprechung aus Holz weiter. Wie ist das jetzt mit den Bewegungspunkten? Haben wir einfach einen weniger wegen dem Drehen beim letzten Mal? Ja, wir verlieren jetzt einen Punkt Geschwindigkeit. Bewegung hast du immer gleich viel, weil du rudern kannst. Du bist jetzt am Wind mit deiner Bireme. Dann ist deine Bewegung eins. Oder deine Geschwindigkeit eins. Du kannst dich, wenn du möchtest, auf der Stelle drehen und dann fahren. Okay. Du drehst dich jetzt wieder nach unten in die Richtung und kannst dich dann ein Feld bewegen. Danach ist Schluss. Du kannst dich aber auch dahin bewegen, wenn du willst. Ja, nee, ich denke ein Feld nach unten, aber hm. Ja, dann dreh dich und bewege dich ganz nach unten. Du kannst dich dann noch mal drehen, falls du irgendwie den Wind dann das haben willst. Kann ja auch sein, dass du dann hier nach unten fahren willst. Hier ist die Linie, zu der sie hinschießen können. Ja, ja, das ist mir bewusst. Ja, nur stetige Erinnerung. Und wie weit können wir schießen? Wir können genauso weit schießen. Wenn wir hier sind, erwischt niemand niemand. Okay. Naja, dann irgendjemand muss sich zuerst bewegen, oder? Ja, ich fahre ja auch weiter auf euch zu. Ich greife euch ja auch an. Ja, der Trick ist, wenn die sich jetzt gleich drehen, um auch ins Zug zu fahren, können wir uns idealerweise in deren Frontbogen manövrieren. Ja, ihr könnt euch ja gleich überlegen. Idealerweise. Ja, natürlich selber. So, ähm, Schsichel von Faroukant. Äh, Stache, aber gut. Stache. Und zwar, wir bewegen uns ein Feld auf der Stelle. Das können wir, weil wir eine Bireme sind. Wir haben diese Runde eine Geschwindigkeit von vier Punkten, denn wir sind mit drei Punkten vor dem Wind und haben volles Zeug gesetzt. Ähm, warte, warte, warte. Du bist eben in diese Richtung, bist du am Wind? Ja, das ist vor dem Wind. Sorry, am? Du bist am Wind gewesen. Ja, da habe ich zwei. Okay, dann drehe ich mich, dann ist es sowieso geil, dann drehe ich mich zweimal auf der Stelle. Fährst du dann da rein? Und fahre ein Feld weit. Warte, darf ich das? Nein, das darf ich nicht, weil ich mich dann schon zweimal gedreht habe. It's fine. It's fine. Ja doch, du darfst dich noch zwei bewegen. Nee, 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 denn, pass auf, ich habe zwei Bewegungen. Okay. Mich auf der Stelle zu drehen ist eine Bewegung. So, wenn die jetzt kurz in die Links schauen würden, in die Matrix schauen würden, ein B, eine B-Phase, also einmal sich auf der Stelle drehen, ist eine B-Phase. Gut, alles klar. Und mit zwei Geschwindigkeit habe ich noch zweitens. Die Bote von Zorgan darf noch. Ey, ich bin stolz von Zorgan, wo man sich einmal drehen, um sich vielfältiger wehnen. Bote von Zorgan. Aber bei mir ist auch die Bote von Zorgan. Äh, Bote, ja. Ich bin stolz. Wie auch mal. Ich drehe mich erst mal und dann, äh. Dann kann sich noch drei Felder bewegen, wie wir gerade festgestellt haben. Beim Drehen schauen wir immer eine Spitze oder eine flache Seite von einem Hex an. Auf die Flache. Erkannte. Okay. Okay, Eurig bewegt sich in den Geschützbogen, mutig. Kann man sich nur einen Schritt bewegen? Äh, zählt die Bewegung? Ist die unabhängig von der Geschwindigkeit? Ja, aber dich auf der Stelle zu drehen, zählt als eine Bewegung. Ich drehe mich um ein Hexfeld. Ich drehe mich auf der Stelle um 180 Grad. Ich weiß, das zählt aber als eine Bewegungsaktion. Okay. Frag die blöde Manöver, Maris. Du hast da unter der Matrix, der ist aufgeführt mit den, mit den Buchstaben, richtig? V, S und was ist das? Das ist D. Gut. Wille das Patriarchen? Ja. Stimmt auch richtig. Oh, wait, wait. No, no, no. Ist in jedem beliebigen Abschnitt möglich. Ei, 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 ei. Okay. Wille das Patriarchen? Unverständlich geschrieben, jetzt fein. Aber wenn du rudern möchtest, musst du diese Runde den Mast umlegen. Du bist gemütet. Oh, der Wille des Patriarchen war gemütet. Das darf so nicht sein, er muss verkündet werden. Hat sich natürlich nicht mit den Zorganern abgesprochen. Warum denn auch? Arania hat seinen ganz eigenen Plan. Ähm, äh. Und halt weiter. Ach, ein Jungen-Kurl und Mudde. Entschuldigung, das ist gut für ihn, weil er kommt zwischen. Eins, zwei, drei, vier und der fünfte einmal Drehung und rammen. Den Halbmond. Äh. Also du kannst nicht rammen. Klar kann ich rammen. Du kannst nur fünf Felder, warte. Du bist jetzt nicht auf demselben Feld wie ein anderes Schiff. Warte, das wäre jetzt aber das sechste. Warte. Wo hast du gestartet? Nee, das ist der fünfte. Ich war hier. Eins, zwei, drei, vier. Dann ist du direkt, sorry. Ich dachte, du hast eins, zwei, drei, vier, fünf gezählt. Ich dachte, es wäre schon. Und du rammenst den Halbmond. Dann würfel mal deine Probe und im Prinzip wissen wir ja schon, was du an Schaden machst. Ah, tatsächlich nicht. Denn jetzt macht er nur noch acht mal drei Schaden. Ja, kommt drauf an. Vielleicht gib mir mal deine Probe. Da müssen wir mal auf die Modifikatoren gucken. Sollte aber geschafft sein, ne? Oh, er macht 36, wenn er trifft. Und die Härte ist eins? Die Härte ist für gewöhnlich eins, wenn du nichts anderes festlegst. Ja, nee, dann ist es auf null. Halbmond geht unter. Entferne ich euch. Erst mal, sofern das denn überhaupt. Also haben wir Windstärke fünf oder sechs? Nee, wir haben drei. Drei. Hab ich am Anfang festgelegt. Und ich bekomme sogar eine eine Erleichterung wegen Offiziersqualität von 15. Das heißt, es wird umspornen ebenfalls eine eine Erleichterung. Ja, nur keine. Nein, ist geschafft. Nicht der einzige, bei dem er dort abbricht? Ja, bei mir auch. Ja, bei mir bricht er auch ab. Echt? Ich habe eigentlich schon auf den Hartz bewechselt und ich kann euch klar hören. Naja, es klingt eher, es geht darum, dass dein Mikrofon, deine Mikrofonaktivierung. Ja, gut. Musst du vielleicht dein TS umstellen. Ja, das verändert sich immer, ohne dass ich selbst umstelle. So, die RAM-Probe ist auf jeden Fall geschafft. Ja, damit, Daru hatte eben schon wieder den Schaden ausgerechnet, wie ich meine. Da er 36-1 von hinten rammt, ziehen wir nämlich die Geschwindigkeiten voneinander ab. Ja, das kann ich sein. Ja, alles klar. Gut. Ja, du leistest dir einen viertel Schaden, wieder du. Ich hätte ihn von der Seite rammen können, wollte ich aber nicht, dann wäre ich in einer Position gewesen, in der ich nichts sein wollen würde. 35 Schaden, davon kriege ich dann wieder 9. Wieder so zwei Matrosen. Ich gehe direkt in den Nabenschuss über. Diesmal nehme ich meine vorderen zwei schweren Hosen. Genau, unsere Bewegungsphase ist abgeschlossen. Die RAM-Phase ist durch, dann kommt jetzt der Nabenschuss wieder. Dann fangst du... Ah, es gibt keinen Nabenschuss. Doch, da ist noch eins. Die Elderskip. Au, au, au. Der Elderskip liegt auf dem gleichen Feld. Das heißt, wir machen die Initiative. Ne, 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 Initiative. Ach so, Initiative. Okay, dann nehmen wir den mit 20 noch nicht. Das hast du, genau. Mit den Modifikatorn hast du das geschafft. Dann liegt deine 7, die nehmen wir auch tatsächlich. Okay, nehme ich natürlich. Das ist dann wieder ein glücklich gelungener Angriff. Und wir können den Schaden von 22 von eben nochmal nehmen. Dann kriegt die Elderskip auf den Rumpf. Dann würfel ich die 12. Ich habe eine Qualität von 13. Jetzt bin ich aber auch angeschlagen. Jetzt kommen ein paar Modifikatoren. Das ist tatsächlich jetzt mal relevant zu gucken. Denn Reichweite ist extrem nah. Das ist eine Erleichterung von 2 Punkten. Sichtbehinderung gibt es nicht. Ziel hat sich bewegt. Ja, klar. Du hast auch 11 Leute verloren. Wenn ich richtig bin. Ne, nicht 11. Sondern wie viel? Ein Drittel. Du hast mir 22 Schaden gemacht. 21 sind 7 Leute. 7. Wie viele Matrosen hast du jetzt noch? Wenig. Ich glaube 10 Leute. Talocke 10. Was für Sie Soldaten. Ja, genau. Ich habe Seesoldaten, die ich da jetzt geopfert habe. Das heißt, ich habe noch meine... Ich habe noch 8 Matrosen oder so. Dann hast du keine Erschwernisse. Ja, richtig. Aber du wirst halt nicht mehr als... Ich glaube 2 oder 1. Wie viele brauchen eine Leichterlrotze, um bemannt zu werden? Das Nachladen wird halt schwierig. Das sehen die Regeln nicht vor. Genau. In diesem Regelsystem gibt es das nicht. Das wird dann später wieder relevant, wenn du auf die Unterabschnitte gehst. Ich meine, das... Aber in der Fall zu Drogen ist es egal. Technisch gesehen musst du da auf der fiktionalen Ebene ansetzen und fragen, wie 10 Mann 4 Geschütze bedienen sollen. Du kannst es halt nicht mehr nachladen. Du schießt es einmal unfällig. Aber wie gesagt, mit der Reichweite extrem nah werde ich dich trotzdem getroffen haben. Und ich schieße auf den Rumpf. Ich muss gerade mal gucken. Trireme. Ja, Trireme hat auch die 80 Punkte Rumpf. Da schieße ich drauf. Ich habe eine Batterie. Wobei, ich muss gerade mal schauen. Ja, doch. Ich werde dich mit meiner Seitenbatterie, werde ich mittlerer Wotzer schießen können. Sind 8 getroffen habe ich. 12, 16. 16. 8 mal 2 sind 16, genau. 1 Punkt Härte macht 15. Ja, schreibst du dir bitte selber auf. Kannst du dann 15 Punkte wieder abziehen und die Wille des Patriarchen wird demnächst vielleicht untergehen. Dann hatten wir den Nahbeschuss. Sind wir jetzt in der Geschützphase. In der Geschützphase, genau. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Die können nicht schießen. Nach vorne kann ich nicht schießen. Nach vorne kann ich nicht schießen. Das einzige Fall, das erreichbar ist, ist dieses von beiden Tränen. Ich wollte gerade sagen, die Schande von Malkis und die Bull von Gipfel. Die dürfen jetzt... Die eine hat noch einen Zusatzmodifikator. Die hat die Schützphase über den Weg einschöpfen. Das können wir uns gleich mal angucken. Die sind nach einer offenen See gedreht und können dich auf alle Fälle erreichen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann Würfel ich 2. Jetzt müssen wir halt schon mal gucken. Ich muss die Initiative überwürfen. Was ich an ihn habe und was du an ihn hast. Erster Schiff vorne, zweiter Schiff hinten. 9 und die 7. Ich habe eine Trirähme. Du hast eine Bi-Rähme. Dann bin ich mit beiden vor dir dran. Ist die Qualität der Offiziere genauso hoch wie die Qualität der Mannschaft? Ja, 13 und 15. Dann bekommt Ulruk eine plus 2. Dann ist er bei der 8. Dann habe ich ein Schiff, was vor dir schießt. Und das ist die Geschützprobe 3-10. Rumpf schießt du. Rumpf schießt du. Auf den Rumpf. Ja, auf den Rumpf. Auf den Rumpf. Rumpf, Rumpf, Rumpf. Immer Rumpf. Ja, und zwar, du hast eine Schweres von 3 für die Reichweite. Extrem weit, ja. Dann hast du eine Erleichterung von 1 für die Batterie. Ja. Und dann hast du eine Schweres von 2, weil die Boote von Zorgern sich um 4 Felder oder mehr bewegt hat. Dann habe ich dich nicht getroffen, weil meine Qualität nicht so hoch ist. Dann darfst du deinen ersten Schuss abgeben. Ich suche mal wie 20 gucken oder mal. Ja, macht Sinn. 13, deine Qualität ist natürlich ein bisschen höher. 15 habe ich. Du hast aber dieselben Modifikatoren. Die Reichweite ist minus 3. Reichweite ist 5, ist extrem weit, genau. Du hast dich aber nicht so viel bewegt. Ich habe mich 4 Felder bewegt. Nee, du hast dich 4 Stück? 2. Ja. Ich habe mich einmal gedreht und 4 Felder bewegt. Okay, gut. Doch so viel. Das gibt ihm aber keine Erschwernis. Denn es geht um das Ziel. Ah, okay. Aber das Ziel hat sich doch... Also extrem weit ist plus 3, minus 1 wegen Batterie. Sichtbildung habe ich keine. Wie weit haben die Drehungen sich bewegt? Die haben sich auch viel bewegt. Okay, dann hat er eine Pluszwung. Ja, der kriegt er auch. Also warte, eine Verschwernis von 4 Punkten. Aber dann wird er mit einer 13 nicht treffen. Plus 3, plus 2, minus 1 sind plus 4. Nicht geschafft, nee. Dann habe ich noch einen Schuss mit meiner hinteren. Die hat noch den Sichtmodifikator. Äh, 13, 10. Plus 1, plus plus 3. Oder hat es auch so ein Schiff direkt vor dir? Keine Ahnung. Plus 1. Okay. Das ist auch günstig. Dann hast du eine 5er Erschwernis pro Schuss. Wow. Dann schaffe ich das auch nicht. Warte, sorry. Eine 6er Erschwernis, wenn das keine Batterie war. Ja, doch. War eine Batterie. Genauso wie bei euch. Aber die Bugel von Gipflak und die Schande von Malkis. Ihr tauscht erste Schüsse auf hohe Reichweite aus. Es wird nachgeladen. Und wir gehen in die nächste Bewegungsphase. Seht ihr? Und jetzt holen wir uns die Säcke. So, jetzt überlege ich mal ganz hart, was ich tun soll. Ich werde erstmal alle meine Schiffe drehen. Ich fange wieder an. Und zwar drehe ich sie so. Und weil ich jetzt eben Raumwind hatte, kann ich 5 Felder. 1, 2, 3, 4. 4. Alles klar. Warte, warte. Zieh nochmal zurück. 1, 2, 3. Warte, du drehst dich erst. Ja. Warte, du bist nicht gerudert. Du kannst dich nicht auf der Städte drehen. Du musst das mit deiner Vorwärtsbewegung verbinden. Das ist ein Manöver. War da kurz? War ich da? Nee, ich war hier, ne? Also du musst erst einen Vorwärts und kannst dich dabei eins rechts. 1, dann drehe ich mich. So ist das die Mütze. So ist das die Mütze, dann müssen wir alles. 2, 3, 4. Dann stehe ich da hinten. Du darfst 5, wenn du möchtest. Nee, ich mache nur 4. Okay. So, dann fahre ich auch hier. Die stehen in die Richtung. 1, 2, 3, 4. Die machen tatsächlich nochmal einen 5. Nee, die machen keinen 5. Die drehen sich wieder. Und die beiden Dreherehmen, das überlege ich jetzt gerade mal, die fahren wieder ein Feld dahin, drehen sich. 1, 2, 3. Alles klar, meine Bewegungsphase und wir gehen auf die Agostaner. Wie weit kann ich mich bewegen? Unglücklicherweise, weil du dich letzte Runde nicht gedreht hast, nur 3 Punkte weit. Du bist eine B-Rehme am Wind. Achso, du kannst ja rudern, ne? Wenn du ruderst. Dafür muss er den Mast umlegen. Das hätte ja am Anfang eine Bewegungsphase ansagen müssen. Dann hast du nur 1 Punkt Bewegung. 1 Punkt. Oh, shit, shit, ich merke es gerade. 1 Punkt. Ich verwechsel vor und am Dauer. Okay. Das ist kein Problem. Da ich nicht rudere, kann ich eigentlich auch nur eher in die Richtung fahren, richtig? Genau. Okay. Du kannst dich, wenn du einen kleinen Powergamer-Trick haben möchtest, da du gehudert bist, kannst du dich beliebig oft drehen. So, du kannst dich jetzt trotzdem in drei Felder drehen, dann bekommen sie immer noch eine Erschwernis, wenn sie jetzt auf dich schießen. Aber du stehst richtig, damit du deine Batterien benutzen kannst. So, wir machen weiter mit der Stern von Palmyra-Bad. 3. Okay. Boah. Ja, 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 Stachel von Faroukern. Okay, Stachel von Faroukern ist dran. Ja, gut. Okay, und zwar, wir wegen uns ein Feld, sorry, wir haben eine Geschwindigkeit von 5, denn wir sind am Raum, wir haben Raumwind und wir haben vor das Zeug gesetzt. So, zum sicher gehen. Wir wegen uns einen Punkt. Du hast nicht Raum, du bist, du bist vor dem Wind. Nein, ich bin nicht vor dem Wind. Doch, so wie du gedreht bist, bist du vor dem Wind. Du hast 3, du hast 3 plus 1. Da habe ich noch 4, da muss ich kurz zählen. 1 drehen, 2 drehen, 3... Okay, dann machen wir es anders. Denn wir haben 1, Drehung, 2, Drehung, 3, Drehung, 4... Oh, da komme ich da diese Runde nicht. Oh, okay, ähm, ah, ich habe meine Warte. Da, oh, los. Warte, 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 du hast gerade zerbrochen, gib mir eine Sekunde. Sonst sehe ich dich an, kein Problem. Okay, pass auf, dann machen wir uns das relativ einfach. Wir wegen uns 1, 2, 2, wir drehen um 1, wir wegen uns 3 Felder, wir drehen um 1, und das war's. Wir wegen uns 4 Felder, ich habe 4, ich habe 4, volles Zeug. Ja, ist richtig, gut. Und dann, weil es uns im Grunde egal ist, drehen wir noch 1. Gut. Die ist ein Geheimwerkzeug, das uns später herrschen. Versprechen aus Holz. Hier vor zu kuddelbuddel, ne? Ähm, ich drehe mich... Du möchtest, du möchtest hier hin. Ja, dahin möchte ich, das heißt, ich drehe mich erstmal in die Richtung, dann 1, 2. Ähm, dann drehe ich in den Kopf zu, also so. Und wie nah möchte ich an sie ran? Und du kannst noch mal rein, Feldung, glücklicherweise. Also was am Wind, du bist am Wind, du bist am Wind, du kannst du maximal zwei Felder wegen. Oh nein, der kann sich da nur 1, am Wind. Oder ein, ein Felderkation, irgendwie macht man Spaß. Also jetzt noch. Nee, in den Einzelkanten, du solltest nächste Runde den Mast umlegen, ich auch. Ich hatte mich diese Runde, ich habe mich dieser Runde, ich habe mich dieser Runde, man anfällt, verkalkuliert. Ich dachte, ich könnte zwischen die Trillen. Das heißt, ich bin jetzt schon eins zu weit, richtig. Ich weiß gar nicht, warum du dich so war, also macht es nicht besser. Nee, mir ist es auch, also ich sage einfach nur, es macht mir Spaß. Dass ich jetzt hier runtergehe oder nicht runtergehe, ist mir egal. Okay, weil du klingst eher wie jemand, der unter der Brücke wohnt und gerade gesehen hat, wie ein Porsche-Fahrer beim Abfahren auf der Lat-Planke hängen geblieben ist. So klingst du. Du musst eigentlich die Probierungspunkte haben, um die Massen zu legen, weiß ich gar nicht. Du musst es am Anfang in der ersten Manöverphase, die Frost-Leber überspringt, ansagen. Hat Versprechen aufs Holz jetzt fertig, ja. Ja. Dann ist die Boote dran. Äh, was ist die Boote? Ach da, ich würde von Zeugern abscheren mit Manöver auf die, eine von den Trägerinnen, die rechte Träger und sagen. Und zwar muss ich mich dann zuerst mal einverwegen, einverdrehen, bewegen. Du guckst in die richtige Richtung, ja, okay. Das ist doch endlich mal ein Manöver. Abscheren sagt er an. Jetzt kommen hier schon die Profitricks. So, eins, zwei, drei, vier. Ups, du hast gerade die Schande von Marke, das gibt's so genau. Wir abstellen in dem Sinne, also, ja, kann man schlicht drehen, aber... Muss man sich den noch nicht von vorne nähern, oder ist das in Regeln? Nee, das steht nicht in Regeln. Ich nehme an, das zählt unter Nahmanövrierung. Gut, dann... Und ich kann ja vorher noch, äh, dann, äh, Nahkampf, äh, einen Nahschuss ansagen? Nee, du machst, du machst erst den Kramangriff, dann wird Nahgeschafft. Wir sind jetzt erstmal in der Bewegungsphase, Wille des Patriarchen ist dran. Ähm, äh, die... Nee, warte, 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 nee, nee, sobald, sobald zwei Schiffe sich treffen, passiert erst die Manöverphase. Genau. Okay, gut, dann merken wir uns, dass die Wille noch hinten abgeschlagen ist, dann machen wir jetzt... Okay, du hast eine Erleichterung von zwei auf deine Rahmenprobe. Ich auch. Ich will nicht Rahmen, sondern sie abscheren, die, äh, seine... Ja, abscheren ist auch eine Rahmenprobe, ich suche gerade die Erschwernis dafür. Ja, äh, es gibt keine Erschwernis dafür, es ist einfach ein ganz normales Rahmen. Wir fangen an mit der Boote und danach gehen wir auf Terra, du machst ja auch die Rahmenprobe. Genau. Was muss ich machen, um, ähm, um, ähm, um, äh, ein Schiff zu erobern? Also, sie kann intern, genau. Du musst erstmal Enter-Haken auswerfen und dann geht... Und den Rest gucken wir uns dann, also du musst auf dasselbe Feld wie sie und dann ansagen, was du erinnern willst. Das passiert nach einem Rahmenangriff. Du kannst sie also vorher rammen, wenn du möchtest. Du darfst sie vorher rammen, du musst sie aber nicht rammen. Nein, aber es macht tatsächlich, wenn du, ähm, wenn du ein Schiff gerammt hast, ist es zumindest für einen von euch beiden leichter dann die Ente Haken zu werfen. Ah, okay, für das Angegriffene, aus Gründen. Wir haben da eine Vorrichtung für, oder, der vorne dran war und dann irgendwie... Hier, so richtig, mit Brücken, die sich dann verankert haben. Ja, die haben einen Namen, aber ich meine, Natan ist nicht mehr so gut. So, äh, Boote, deine Rammprobe bitte. Ja, ist, äh, da spielen sie gerade. Gib mir bitte einfach ein W20, Pöde, das ist das Erste, was kommt, immer ein W20. Fünf, du musst nicht rechnen, danke. Äh, doppel, also halber Wert sogar. Genau, halber Wert. Ist hier aber egal. Also, macht hier nichts. Okay. Okay, und zwar, wie schnell warst du? Äh, ich war ja vor dem Weg, äh, vier. Vier hast du? Vier, vier, okay, du bist nicht von vorne drauf. Dann ein Zwanzigstel von 35, warte, 3,5 mal... Sind 1,5 sind 2. Ne. Doch, 35, 2,5, dann kommen sie 5. Aber 20 sind 5 Prozent, wenn man das will. Ja, wird wieder aufgerundet. Äh, sind zwei Punkte mal deine Geschwindigkeit von 4. Und 6. Zweimal 6, zweimal 4 sind in meiner Rechnung 8. Ach, und das mal 1,5 sind 12 vor einem Punkt Härte. 12 Punkte? Das ist gar nicht viel, also 11. Ja, dann trifft du deine Riemen, aber. Auf die Riemen? Oh, du hast recht, Riemen haben keine Härte. Dann sind sie 12... Riemen haben keine Härte und die kann... 12 Riemen schon... So, jetzt machen wir die Stern von Palmyra Wack gegen die Glut von Garry. Wait, no, no, jetzt dürfen beide Narbeschuss ansagen. Nö, du hast recht, Entschuldigung, machen wir das weiter. Ja, genau, mach du dein... Das sieht gut aus. Äh, natürlich gegen den Rumpf, ist ja klar. Ah, jetzt gegen den Rumpf. Nö, du kannst die Riemen schießen. Auf der Trieri macht keinen Sinn, auf die Siegel zu schießen. Vor allem habe ich die Riemen nicht ewig viel Tabellange. Ja, 90. Also Rumpf ist laut gleich in der Fall. Ja, wie für Schaden sind das? Äh, wann man... Zweimal... Zweimal in Mittlerrotze, zweimal 18. 16. Wer kriegt nochmals einen Punkt dazu, jeweils, also zweimal 18 sogar 18 Punkte. 18 minus, äh, den Rumpf sind 17 Rumpfpunkte. Und jetzt will ich nochmal 6 Punkte an Soldaten und Matrosen. Ja, ich werde aber trotzdem meinen Eingriff einmal würfeln. Drei. Dann kriegst du jetzt schwere Rotzen ins Gesicht. 22 vor Härte. Also 21. 22, was hast du denn Rumpf? Du hast auch noch 35. Ja. Oh. Äh, erinnere uns dran, dass wir am Ende die Reparaturphase machen. Und, weil die Schande von Maikies auch im Nahbereich ist, würden die dich auch abschießen. Das steht ihr frei. Ja. Da kriegst du den nächsten Schuss. Ja, sorry, dass ich mich verrechnet habe. Sonst wäre ich nämlich jetzt mit dir neun. Auch das ist getroffen. Dann geht die Bote von Zorgan jetzt unter. Äh, warte, du denkst, 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 dass die alle erschwert sind, um... Ja, 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 ich hab nur neun gewürfelt. Du hast recht, du hast recht. Du will ein Euro-Club. Warte, technisch gesehen wird jetzt jede Runde drauf geprüft, ob der Khan kentert. Aber ich glaub, das ist nur noch wichtig, wenn irgendwelche Helden da unterwegs sind. Ja, es sind keine Helden drauf, äh, du hast die Aranha. Die Osh. Zimiert. Stark davon aus, dass wir den Stern von Palmyra Watt und, äh, Faro Kahn... Auch gleich. So, jetzt machen wir mal wieder der Stern. Ach, mit Faro Kahn. Stern. So, geht. Jetzt, äh, jetzt fangen wir bei mir an. Ich habe ja auch gesagt... Du hast gerammt? ...gerammen. Was hat das noch in Bewegung? Sie haben vorher alle nicht rammengeschwindig gemacht. Ich hab vier. Ja, rammengeschwindigkeits wären sechs. Aber es ist getroffen. Äh, du hast ne 15 gewürfelt. Mit den Modifikatoren passt das? Das Modifikatoren sind zwei Punkte Erleichterung. Offiziere, ja, alles klar. Dann machst du wie viel Schaden? Ähm, ich habe mich denen von vorne genähert, oder? Du hast in die Seite, in die Seite angegriffen. Warte, das ist die Seite. Okay, ja. Gut, äh, wie viel Schaden sind das denn insgesamt? 35 mal 0,05 sind 2 mal 4 sind 8. 8 mal 1,5 sind, ähm... 5. Danke. Sorry. Also 12 minus 1 Punkte Härte. Ähm, sind 11 Punkte Schaden. Davon bekommst du von 8 und Viertel 2. Okay, dann war das die RAM-Phase. Jetzt kannst du noch mit deiner Batterie nach vorn schießen. Da gucken wir uns aber die Initiative wieder an. Drei. Alles klar, du darfst vor mir schießen. Okay, alles klar. Aber ich habe zwei Schiffe in meiner Nackenfaser. Dann schwöre ich auch zwei Schiffe. Ja, ist gut. Wurps, ich habe jetzt schon den Wurf gemacht. Ja, ist okay, den nehmen wir. Ich wufe halt auf die Initiative, genau. Boah, dann bist du viel schneller als ich. Wieder auf den Rumpf. Genau. Macht ja Sinn. Du hast eine Batterie mit mittleren Rotzen. Die 8 mal 2 sind 16. Eine Batterie zusammengefasst. 15. Das reicht nicht ganz. Die Lebenspunkte. Shit. Mist. Das reicht nicht ganz. Ich glaube, dann sind sie jetzt bei 26 Schadenspunkten. Ja, gut. Davon. Wie viele Matrosen haben sie noch? Äh, weniger, ja. Ja, das ist wirklich wichtig. Mhm. So, dann. Ich habe zwei Schadenspunkte genommen. Wie trage ich das bei dem Token hier ein? Äh, du hast du das Kampagnenfenster auf der See Makros? Äh, nein. Okay, dann oben auf Fenster, da Kampagne. Dann klickst du dein Schiff an. Dann gehst du auf Three Digits Red. Und da gibst du einfach den neuen Wert ein. Also von 33 jetzt. Den neuen Lebenspunkte Wert, genau. Ich würfel jetzt mit meinen beiden Schiffen auf Nahkampfbeschuss. Die 2. Die 11 ist das vordere Schiff. Ähm, mit einer 13. Die 11 ist nicht getroffen, glaube ich. Die 11 ist, weil ich wenige Leute habe, ne? Äh, nee, gar nicht mal. So, du bekommst zwei Punkte, weil Nahbeschuss. Dann bekommst du zwei Punkte Erschweren ist, weil er sich vier Felder bewegt hat. Mhm. Dann bekommst du zwei Punkte Erleichterung für die Distanz. Äh, ist das schon drüber? Und dann, wie viele Matrosen hast du? Bist du unter der Hälfte? Ja. Ja, jetzt ja. Dann hast du nochmal eine Erschweren ist von zwei Punkten. Dann sollte ich es aber mit der 11 geschafft haben. Hatte 11? Ich hatte ja den 16er, wer? 11 plus 14, du hast nur 13, dachte ich. 13, ja, genau, Q13. Dann bist du zwei Punkte drüben und hast dich getroffen. Und dann habe ich das Wort getroffen. Ja, unglücklicherweise sogar gut. Äh, richtig. Was macht das an mehr Schaden? Äh, einen Punkt. Einen Punkt. Mittlere Rotzen. Die 16, beziehungsweise 18 Schaden an dir machen. 17 nach Härte. Ja, das sind dann wie viel? Auf wie viel Lebensflut bin ich dann? Äh, 33 minus 17. 16. Ja. Kann das sein? Da bist du unter der Hälfte. Erinnere mich dran, dass wir am Ende der Phase die Reparatur machen. Du wirst diese Phase nicht schaffen. Nö, glaube ich auch nicht. Geh es mir auf ein. So, jetzt gehen wir auf die Bewegungsphase, Wille des Patriarchen. Äh, wie ist das mit dem Entern? Das wollte ich noch fragen. Also. Pascha, stopp. Jetzt, das war, das war, hätte ich vor dem Nahbeschuss machen müssen. Shit. Wir machen, wir machen erstmal die Wille des Patriarchen. Bewegung. Äh, die Wille des Patriarchen möchte sich nicht legen. Sie wird die Runde damit verbringen, den, äh, Mast umzulegen. Was hättest du am Anfang sagen? Was hättest du am Anfang sagen müssen? Bevor sich irgendwer bewegt? Wie, äh. Ja, passt, passt schon. Am Anfang der Bewegungsphase. Naja, nicht am Anfang der Bewegungsphase. Du musst es, nein, du musst es in der Manöverphase, also in der, äh. Passt schon, alles gut, alles gut, passt. Warte, wenn der es jetzt schon passt, hätte ich es auch vorhin noch machen können. Also, eins mit einer, sondern als andere. Aber ist nicht müh, naja. Kannst du das die ganze Runde? Ich weiß nicht mehr genau, wo wir eben waren, aber ich hatte das eben schon mal eingeschrieben. Nein, du kannst uns nicht die ganze Runde. Du musst das sagen, bevor sich irgendwer bewegt. Also, ich hab, ich hab jetzt auch die Runde gewartet. Du brauchst ja dich jetzt auch gezwungen, die Runde zu warten. Gut. Dann, dann machst du das nächste Runde. Ja, dann muss ich jetzt auch mal kurz überlegen, was ich mache. Dann, eigentlich, mach dir meinst du, wenn dich nicht bewegst, wenn dich nicht bewegst, kriegst du Stabilitätsbrunnen hier aufs Schießen. Kann du auch von hinten machen. Kann schießen, aber das, das heißt natürlich, die können sich wieder zwei Runden bewegen, also das... Dann bist du auch aus der Reichweite. Bleib stehen, ich bleib stehen und schieße. Du bist nicht, ich bin gut in der Reichweite. Gut, dann gehen wir jetzt auf die Enter-Phase. Und zwar die von der Stern von Palmy-Rabatt. Wir ziehen ja so einmal, okay. Dann, du kannst ansagen, dass du Enter-Haken auswerfen möchtest. Und zwar, hast du noch mehr als die Hälfte der Besetzung? Ich weiß es nicht. Wir haben hier nicht von der Besetzung gesprochen. Doch, hat er noch. Du hast die Hälfte Lebenspunkte, also hast du noch ein bisschen einen Tick über... Eine Talook hat auch 35 Rumpfpunkte, nicht wahr? Talook hat 35, ja. Hat eine Talook ein zweites Deck? Nee, oder? In dem Fall... Nee, ein halbes Deck, ja. Nein, also hast sie nicht. Okay, das Einzige, was du jetzt noch hast, ist eine Erschwernis von zwei Punkten, weil du in dieser Manöverphase bereits ein Manöver durchgeführt hast. Okay. Alles klar. Dann Enter-Haken. Das 12... Ist geschafft. Qualität 15. Das attraktierte Schiff darf versuchen, dem auszuweichen. Ähm, ja, sie weichen aus... Okay, dann... Ähm... Erschwernis von zwei Punkten, weil... Mannschaft fehlt. Sorry, weil die Mannschaft fehlt. Und dann nochmal eine Erschwernis von zwei Punkten, weil es bereits ein Ausweichenmanöver durchgeführt hat. Ähm, also günstiges Größenfeld, das haben wir auch noch, ne? Nee, haben wir nicht. Das Angreifende Schiff hat nicht weniger als die Hälfte der Rumpfpunkte. Du hast ja gar nicht so viele Rumpfpunkte, du hast nur viel... Ja, aber das angegriffene Schiff wurde auch gerammt. Ja, ist richtig. Das habe ich schon mitgerechnet, das ist fein. Ähm, die Frage ist, mit einer 11 plus 4... Schafft er eine 11 plus 4? Nee. Bei 15. Ich bin dann bei einer Q13. Das heißt, du springst jetzt rüber... Warte, warte, das war jetzt das Enter. Interakt werden. Geentert wird dann erst nach dem Schießen. Okay. Also ihr seid jetzt miteinander verbunden. Verbunden, gut. Dann... Ähm... Kommt jetzt die Beschussphase. Jetzt kommt die Beschussphase. Und ich schaue mir von oben nach unten an. Agostana, willst du als erstes schießen? Wenn ja, auch wenn... Oh, kein Geiz. Dann schießt du auf die Glut von Garen. Kannst du die anderen da radieren? Nee, die Flussfahrt, das macht Sinn, dass du auf die Flussfahrt schießt. Wie weit kann ich denn schießen? Äh, eins, zwei, drei... Oder vier... Aber den wurde doch da einer gerammt. Könnte ich die nicht abklappen? Den kannst du auch. Der hat aber nur Riemenschaden genommen. Man, den machen wir nicht so viel. Den kannst du auch mal schwer abschießen. Okay. Wir sollten alle, die können, sollten vermutlich auf die, äh... Google vom Gipflag sich konzentrieren, damit wir die loswerden. Ja, ich schieße aber auf den Feuer. Wenn wir alles vorher konzentrieren, könnten wir die versenken. Eins, zwei, drei, vier... 16, ich schieße vorbei. Ich wollte auch auf die schießen. Gut, dann gehen wir auf die Versprechen... Wir gehen auf die Versprechen aus Holz. Äh, warte, sorry, auf wie viele Felder hast du geschossen, Schoko? Vier. Drei. Äh, dann muss ich kurz nachschauen, ob du, wenn er 16 wirklich vorbei ist. Echt? Vier ist nämlich nur live. Warte, du hast 15 Qualität. So, du hast eine Plus-Eins auf deiner Probe, weil die Reichweite weit ist. Du hast eine Minus-Eins, weil du zwei Geschütze hast. Mhm, richtig. Ähm, und dann... Offiziere? Ich dachte ich auch, aber Offiziere scheinen nicht zu zählen. Dann, ja genau, weil bei der 15 sei dann nicht bei der 16. Aber wie weit hast du dich bewegt? Ein Feld. Ja, dann kriegst du für jeden nicht verbrauchten Punkt Beweglichkeit nochmal eine Minus-Eins. Aber er hatte nur einen Punkt. Ich hatte Beweglichkeit. Er hatte nur einen. Nicht Geschwindigkeit. Ach so. Die Wirklichkeit. Wie klein habe ich denn? Drei oder vier? Vier als Bier. Du hast dich für einen gedreht, dann hast du noch drei über das Reichlochke. Weil dann hast du getroffen. Triffst du den Schaden? Mach ich. Bei der Riesen zwei Schuss. Zwei mal vier, zwei mal acht. Zwei mal 18, 16. Wo hat der Grad zu getroffen? Oder ist er auf dem Aufenthalt gelandet? Nee, er ist einfach drunter. Ich kann den Punkt landen. Dann hat er keine Abzüge. Sind wieder 15 Schaden. Vielleicht sind sie 15 Schaden. 15 auf die Trireme wieder. Ich muss gerade gucken, was hat die Trireme. Die haben 80 Rumpfpunkte. Das ist eine Menge. Das ist vier. Im Gegensatz zu euch. Ach, das ist echt eine Menge. So, dann gehen wir auf die Versprechen aus Holz. Ich schieße auch auf die Bugle. Eins, zwei, drei, vier. Dann haben wir jetzt 20. Ja, Würfel hast du mal vorbereitet. Denk dran, dass du noch den Vorderbogen hast, den du gleich auch benutzen kannst. Mit der 16. Oh, du hast Beweglichkeit. Beweglichkeit hast du auch noch. Wie viel? Ich habe mich einmal gedreht. Ja, wie viele Drehungen hast du gemacht? Eine? Ja. Dann hast du eine Erleichterung von vier Punkten und eine Erschwernis von eins. Dann hat sie auch getroffen. Dann komme ich unter die 15. Meinen die in dieser Tabelle mit Beweglichkeit für leichte Geschwindigkeit? Nee, ich bin schnell und gewinnig. Nee, das Ziel hat sich nicht bewegt, weil das Ziel hat sich nicht bewegt. Das Ziel hat sich bewegt, klar. Ich kratze jetzt nicht dran rum, aber ich wundere mich gerade, wie es in Wahrheit gemeint ist. Siehst du, das meine ich. Ich möchte gerne mit dem Typen sprechen, der es geschrieben hat. Ich habe Fragen. Ziel hat sich bewegt. Dann ist es ein Treffer, ne? Das ist ein Treffer. Ja. Dann wieder 16, beziehungsweise 15, wenn wir die Härte abziehen sind. Noch mal 15. Dann gehen wir auf die Stache von Farukhand. Ähm, selbstverständlich. Warte, warte, nein, nein, nein. Wir sprechen aus Holz hat noch die Frontbatterie. Ich kann mir beiden schießen. Ach so, du schießt nach vorne noch. Okay, und die Frontbatterie könnte dann die Efnir oder die Möwe von Skip austreffen, oder? Rosti musste jetzt gerade sagen, ob sie die Elderskip kriegen kann. Nicht mit der Front. Doch, 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 lass ich zu. Mit der Front lass ich das zu. Dann, weil die Elderskip hatte gerade schon gefressen von der Trireme, richtig? Nee, das war die Mond. Ach so, ja, doch, genau. Die eine versenkte, die andere habe schossen. Die Elderskip hat 22 Schaden bekommen, also irgendwie versenkt. Gut, dann ist die das Wundere Ziel. Das ist noch im Frontbereich. Eins, zwei, drei Felder ist keine Erschwernis beim Schießen. Eins, zwei, drei. Das ist die Fünf. Dann geht die unter. Dann, okay, dann muss man gar nicht rechnen. Ja, nee, nee, das geht unter. Wenn die vorher schon die 22 Schaden gefressen hat, jetzt nochmal die 15 draufreicht. Dann bist du fertig. Dann gehen wir jetzt auf die Stachel von Verruckernd. Okay, mit meiner Frontbatterie möchte ich die Bugl von Gipfler anfeuern. Ich würfel erstmal, bevor wir jetzt hier rechnen. Ah, da ist der Kret. Eins. Ja, ich wollte ihn noch ansagen, aber ich habe es gelassen. Okay, warte kurz. Verdoppel der Schaden. Verdoppel, really? Ja. Ja, und wir machen einen kritischen Treffer. Okay, also erstmal kriegst du 16 verdoppelt 32. Das ist vier. Zwei, zwei, sechs. Und dann richtig, ich werde das mal kurz tun. Das sind 31, 15, 15. Von der 6, ah, keine weiteren Auswirkungen. 60 ist noch nicht ganz. Da fehlen noch viele. Aber was macht der Crit? Leider nichts weiter. Okay, schade. Also sie hängt in den Seilen, viele Löcher sind drin. Nur mal so eine Beiläuge für die Frage. Haben wir Brandmunition? Nee. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ach doch, die Bugel geht unter. Tatsächlich durch den RAM-Angriff. Da hat sie auch nochmal Schaden gefressen. 15, 15. Dann nochmal die 60 von, nee, die 31 von dir eben. Dann ist sie auf der 60 zusammen mit dem RAM-Angriff, geht die Bugel unter. Gute Reise. Gut, und jetzt ist die Situation, wir machen wir schon viel entspannter. So, dann haben wir die Stern von Palmyra-Bas. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe eine Bugel-Batterie. Und die feuert auf fünf Felder. Das wird nicht so erfolgreich, aber das ist sogar unter der Hälfte. Das sind also... Nehmen wir die Mühe, weil wir sind ja dran. Die Mühe, alles klar. Aber das sind 16 plus 2, 18. 18, 17. Auf die Mühe. Gut, dann gehen wir jetzt auf die Sternen. Ja, dann ballere ich auch auf die Mühe. Dann ballerst du auch auf die Mühe. Zur Seite. 1, 2, 3 Felder. Warte, darf er feuern? Ja, warum nicht? Zur Seite, ja. Weil er verbunden ist. Ich glaube, dann darf man nicht feuern. Ich versuche gerade, das rauszufinden. Warte, ich glaube, es steht unter verbunden. Okay, es wäre in jedem Fall getroffen, aber genau. Sag mir dann einfach an, ob oder ob nicht. Reichweite, Geschützprobe. Schiffe, die durch ein Volk vermissbar immer noch gefunden fanden, gelten als beendet. Ihr lasst die Bewegungsbefühle verfallen. Okay, wenn es da nicht steht, bei der Geschütz, richtig, bei der Schussphase steht auch nicht, dass es nicht geht, sehe ich zumindest gerade nicht. Ja, dann darf er, so wie ich das sehe. Genau, einmal auf die Mühe. Ja, wieder 16. Hast du getroffen. Sind nochmal deine 15, 16, 15 Schaden. Reicht 2, wie viele haben die? 32, nee, die haben 35. Ja, dann ist sie, ja, Wasser läuft rein, aber sie geht noch nicht ganz unter. Okay, erinnere mich auch da am Ende der Runde mal dran, weil er muss drauf geprobt werden, ob die Leck schlägt. Also Wiese oder sowas, genau. Also sie ist nicht unter Null, sie ist bei drei Lebenspunkten. Brände treten von Natur aus gar nicht aufrichtig, der muss man brandgeschossen schießen, ja. Ja, deswegen, also die können nicht zufällig auftreten. Du kannst, wenn du jetzt verbunden bist, du kannst mit dem Schiff, den du verbunden bist, kannst du aufeinanderschießen. Das geht nicht. Ja, okay, aber das ist ja, das ist klar. Die Franzosen haben im 19. Jahrhundert damit herumexperimentiert, Essen auf ihren Schiffen zu haben, mit dem sie die Kugeln anheizen. Jedes einzelne davon ist, ich gebe jetzt der Wille des Patriarchen noch ihren Schuss und dann bin ich mit all meinen Schiffen dran, dann schauen wir mal, wie viele von euch noch leben. Ja, ich nicht mehr. Ja, die Möwe nicht gerade runtergegangen. Nee, die hat noch drei Lebenspunkte. Die hat noch drei Leben, oh Mann. Drei Leben, also? Ja, dann schieße ich mit. Warte, du kannst deine Geschütze aufteilen. Ja, ich schieße nicht mit der Batterie. Genau das tue ich, ich schieße nicht mit der Batterie. Man stieß einmal auf die Möwe und einmal auf Laris. Ja, hier von Laris. Laris? Laris. 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 Erstmal auf die Möwe. Ich hoffe, der Coup de Gras geht auch durch. Mit der Elf ist das geschafft. Das trifft. Dann geht hier unter die Möwe, schade. Das ist gut für Tarakon. Das hilft dieser hier nicht. Ich hätte zwar eine zwei Erleichterung gehabt, ich glaube ein, zwei, drei Felder gibt mir nochmal Schwernis. Du hast dich doch nicht bewegt. Wait, 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 drei Felder gibt null. Aber ich habe mich nicht bewegt. Und du hast dich nicht bewegt. Ja, ne, eins. Ne, ne, sorry, das Ziel hat sich nicht bewegt. Du kriegst deine Wirklichkeit in Erleichterung. Doch, das Ziel hat sich bewegt. Klar, die bewegen sich immer. Sorry, nein, die Minus 1 ist für sie, das sind nicht bewegt. Du bekommst deine Wirklichkeit in Erleichterung. Ja, genau. Hier steht Beweglichkeit. Ich glaube immer noch die Säcke meinen Geschwindigkeit, aber ich kann es nicht beweisen. Dann sind das acht Schaden. Ne, du hast eine schwere Rotze, ne? Das sind zehn Schaden. Zehn Schade auf die Zahir. Zehn beziehungsweise neun. Jetzt bin ich dran. Ich fange an mit meiner Trierreme. Die schießt nach vorne. Die Stöcke von Farokant. Würfel erst mal, bevor ich anfange zu rechnen. Genau, ich fange erstmal an mit Würfeln. Ein W20. Sechzehn. Das ist nicht getroffen. Okay, so. Sie bekommt eine Minus 1 auf Reichweite nah. Dann Minus 1 für die Batterie ist eine Zweierleichterung. Dann bekommt er eine Schwernis von 2, weil ich mich mehr als Zweifelder bewegt habe. Und nochmal 2, weil ich mich um drei Seiten gedreht habe. Und nochmal 1, weil ich ein kleines Ziel. Wenn es so ist, ich müsste auf die 20 oder so gehen. Dann schieße ich auf die Stachel von Farokant. Das ist das Schiff, was da angelegt ist. Ach sorry, das bin ich. Auf wen hast du gerade geschossen? Hier auf die Stachel. Achso, ja genau. Stachel habe ich eben. Und jetzt, Entschuldigung. Stern von Palmyrabat. Okay. Gib mir. 14 habe ich überfüllt. Sie müsste um drei erschwert sein. Warum treffen Sie? Und um eins erleichtert oder um zwei erschwert? Treffen wir nicht. Dann ist die fertig. Dann schieße ich die Glut. Kann ich schießen, aber die Flussvater wird es versuchen. Ja, die Glut kann technisch gesehen auf die Wilde des Patriarchen feuern. Nach unten meinst du? Ja. Ich fange erstmal an, nach oben zu schießen. Achso, genau. Ich kann nach unten und nach oben schießen. Ich fange erstmal nach oben an. 4. Das ist getroffen. Die Stern von Palmyrabat. Mit dem Flussvater auf Palmyrabat. Dann ist das um einen Punkt dich pro Geschütze erhöht. Für 18. Das sollte dich versenken. Was ist? Ich bin mit dem anderen Schiff verbunden. Passiert dem Schiff dann irgendwas? Nö. Du hast 16 Lebenspunkte. Wenn wir es narrativ betrachten, sollten sie eigentlich gar nicht auf ihn schießen können, weil sie ihn nicht erreichen können, ohne die Glut von Garen anzufeuern. Das sind Piraten. Das ist ja das Schwert. Aber dann müssten sie erstmal die Glut von Garen treffen. Es ist physisch nicht in der Lage, anderen vorbeizuschießen. Die blockt ihn ja komplett. Der Stern geht kaputt. Das ist ja ein 100 Meter Ding, in dem sie sich frei bewegen können. In diesem Ding 100 Meter. So, geht runter. Fertig. Okay. Jetzt hast du ihn um seine Enter-Phase beraumt. Das tut mir wirklich leid. Er sollte dir leid tun. Ich hätte es gerne ausprobiert. Ja, du hast ja recht. Die sind auch schon rüber gesprungen. Wir können uns das gleich mal angucken. Flussvater schießt nochmal die Batterie nach unten. Und dann nehme ich die Glut von Garen noch mit. Ne, die nehme ich nicht mit. Also eins. Die schießt nochmal nach unten. Auf die Wille. Vielleicht hat die einen Lauf. Fünf. Ist getroffen. Wieder eine Doppelbatterie. Mit den mittleren Rotzen sind wieder 16. 18 sogar. Er ist unter der Hälfte. Jetzt auch gerade ausgerechnet. Gut. Dann habe ich diese beiden Schiffe sind dann durch. Dann schieße ich mit diesen beiden hier. Auf das Schoko, ne? Zwei Stück. Genau. Zwei Stück. 13, 15. Beide nicht getroffen. Dann schieße ich mit der Efnir. Die haben nichts nach vorne. Dann nehme ich diese drei Schiffe. Die Zahir, die Schruck und die Efnir. Kann die? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nein, können sie nicht. Warte, doch. Doch, doch. Die haben fünf Schiffe. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Doch, ich habe... Das sind drei Schiffe, die auf die Stachel von Faruk anschießen. Jemals der Schwert um sechs Punkte. Plus drei für die Reichweite. So, neun. Zwei ist getroffen und die neun ist nicht getroffen. Das ist ein Schaden. Also eine Batterie, die dich trifft. Ja. Das ist die mittlere, richtig? Mittlere, ja. Aber die... Nee, die sind, glaube ich, nicht unter der... Doch, meine zwei sind unter der Hälfte. Doch, meine zwei, ja. 18 sind 17 für mich. Genau. Das bringt mich unter der Hälfte. Korrekt. So, die haben geschossen. Die Trierreme ist auch durch. Ich glaube, ich bin fertig. Warte, 35 minus 17. 18. Ich bin... Ich bin über der Hälfte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich kann euch echt nicht sagen, wie dieses Ding jetzt ausgeht. 35, die Hälfte ist 70,5. Die schießen uns kaputt. Ja, und mit 18 bin ich darüber. Okay, nein, wir ziehen euch jetzt zurück. Jetzt zieht euch zurück. Warte, 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 warte. Wir sind noch nicht fertig. Jetzt kommt die zweite Besatz. Warte, wir machen jetzt die Enter-Phase. Das ist Spaß. Genau. Okay, und zwar, wir bestimmen die Größe des Enter-Kommandos. Das Schiff geht unter, wir springen jetzt alle rüber. Du kannst die Hälfte deiner Besatzungsmitglieder und die gesamte Anzahl der Seesoldaten mitnehmen. Die Hälfte Matrosen, nicht der Ruderer. Richtig. Ja, Ruderer zählt nur dann zur Versatzung, wenn sie gleichzeitig auch Matrosen sind. Ja, ja, ich lese dir nur vor, was hier steht, okay? Okay, also die nehme ich alle. So, du kriegst, äh, der Einfachheit hat, warte, wie viele Seegeradesten hattest du? Ähm, folgendes, äh, da das angegriffene Schiff vorher ein Ram-Manöver gemacht hat, direkt vorher kriegt er eine vier Erleichterungsmanöver. Das stimmt. Und, äh, es gilt die gesamte Besatzung des gerammten Schiff als Angreifer. Das heißt, du springst wirklich mit allen rüber? Warte, des gerammten. Es geht hier darum, wenn du gerammt wirst und Konter enternst. Ich hab's laut. Ja, okay. Es gilt dann als Angreifer, okay. Also, du hast ein Enter-Kommando von 35 Mann. Mhm. Ähm, wie groß ist die kämpfte Besatzung des geänderten Schiffes, Frosty? Ja, ich muss gerade mal schauen. Da haben noch, äh, das ist eine Talucke, 20 Soldaten, 10 Matrosen. Für 30 Mann. Okay. Dann, äh, dein Enter-Kommando ist nicht doppelt so groß wie das des Verteidigers. Es besteht aber zur Hälfte aus Seesoldaten. Das ist eine 2er Erleichterung. Besteht das Kommando des Verteidigers zur Hälfte aus Seesoldaten? Ja, richtig? Äh, 20 zu 10, ja. Okay, das ist wieder eine 2er Schwer, das hebt sich auf. Hatte jemand Hornissen? Hornissen haben sie nicht, nein. Okay, dann bekommst du einfach nur einen Punkt Erleichterung, weil du eine Qualität der Offiziere von 15 hast. Ja. Und wir haben gerade festgestellt, dass eine Talucke kein höheres Deck hat und du entsprechend fein draus bist. Das wird er geschafft. Okay, dann sind deine Männer jetzt an Bord. Ähm, jetzt wird gekämpft. Erster Abschnitt der Interphase, zweiter Abschnitt der Interphase. Richtig, jetzt wird gekämpft. Und zwar jeder macht jetzt eine Probe, die für Terra-Aum-1 erleichtert ist und für dich nicht weiter, Frustin. Gut, ich auf die 13, du auf die 16. No. Ich hab's geschafft. Ich auch. Du auch, Qualität ist aber besser. Okay, und zwar jeder, dessen Probe gelingt, fügt dem Gegner Besatzungsschaden in Höhe eines Zehntels seiner Stärke zu. Meine Stärke ist 30. 30. Das sind drei Schaden. Meine Stärke ist 35, sind vier Schaden. Okay, die kämpfen ganz schön lange, ne? Dann dürft ihr jetzt schauen, ob ihr weiter kämpfen oder euch zurückziehen möchtet. Du kannst dich nicht zurückziehen. Du könntest das Schiff übernehmen. Ja, genau, das ist die Idee dahinter. Okay, jetzt beginnt die zweite Besatzungsphase. Die Qualität, die Qualität von dir ist besser und du hast mehr Leute drüben, also ich muss das nicht auskämpfen. Ich auch nicht. Bei langen Würfeln wirst du dieses Schiff übernehmen tatsächlich. Jetzt beginnt die zweite Besatzungsphase. Wir haben keine Brände, aber jetzt können Reparaturen angesagt werden. Du musst dieses Schiff reparieren und zwar die Blut von Garen ist beschädigt, die musst du jetzt mit, nachdem du irgendwann lange, lange, lange Zeit gekämpft hast, musst du reparieren. Das können wir an dieser Stelle schon mal auswürfeln. Und zwar, es gibt vier Aktionen. Den Rumpf reparieren, Brände löschen, Besatzungsmitglieder heilen oder Takellage reparieren. Du kannst dich für eine oder alle dieser entscheiden. Wenn du mehr als eine machst, werden die alle erschwert. Takellage ist okay, Brände gibt es aktuell nicht. Du hast halt Verletzte und der Rumpf muss repariert werden. Ich glaube, auf die drei Verletzten kannst du verzichten. Ich wollte kurz sagen. Okay, dann. Also ich nehme den Rumpf. Jetzt den Rumpf reparieren. Du hast genug Besatzung. Denn du hast ja deine... Achso. Ja, da werden noch ein paar Verletzte werden. Wenn ihr die fünf nachholt, dann ja, hast du genug Besatzung. Ist das Schiff auch weniger als seine ursprünglichen Rumpfpunkte? Ja. Ist es, ne? Weniger als die Hälfte. Ja, weniger als die Hälfte haben wir mittlerweile. Auch weniger als ein Viertel? Nee. Okay. Dann hat es sich bewegt? Es hatte sich bewegt. Okay, ignorieren wir es einfach. Würfel mit einer Plus Eins. Also einer Erschwernis. Ja, dann auf die 14. Das ist natürlich was, was jetzt noch länger dauern wird, aber... 14 ist geschafft. Damit würde ich doch noch Verletzte Piraten bekommen. Ich muss wissen, wie gut. Ähm... Was denn? Ich habe da... Ich habe eine 10... Äh... Auf 5 war... Ich sehe... Ich sehe... Ich habe eine 9 gewisse. So, mit einer 5 war Qualität reparierst du 5 Punkte Rumpf. Dann bist du wieder über der Hälfte. Sehr gut. Und dann machen wir uns schleunigst aus dem Stamm. Dann warte. Selbiges tut die... Selbiges tut die Stachel von Farrokan jetzt. Äh... Klar, hier. Direkt einmal reparieren. Mit 2 sieht gut aus. So, gut. Wie wird das nochmal erreicht? Ähm... Einfach Qualität. Äh... So weit wie du drunter bist. Äh... Sag mir kurz einmal, nicht bewegt, wie viel das bringt? Äh... Minus 1 pro Punkt Bewegung. So... 3 für dich? 4? 3? 4? 4? 4 oder sowas, ja. 4. 4, ja. Machst du irgendwie 14 Punkte gut oder sowas? 17 Punkte. 17 Punkte sogar. Er sitzt über der Maximalist. Ne, ne, ne. Er kann ja nicht mehr, äh... Punkt haben als Manöver, als Manöverwert hat. Klar, die schrauben... Ich habe noch nicht mehr alle wieder zurück. Die schrauben außen, die schrauben außen noch ein paar Sparren dran. Frage an euch, wollt ihr den Kampf abbrechen? Wollt ihr euch zurückziehen? Also die Stachel von Farrokan wird jetzt ihren Mast einlegen und gegen den Wind auf Rammgeschwindigkeit davon rudern. Rudern, alles klar. Gut. Das macht die Farrokan. Ihr handelt ja alle unabhängig voneinander. Äh, die Farrokan flieht. Ähm, was machen die anderen? Äh, Agostana. Wir kämpfen. Du kämpfst. Du bleibst stehen und schließt, alles klar. Warte, was tut die Schande von Malkes? Befolgt ihr oder bleibt ihr zum Kämpfen hier? Das gucken wir uns gleich an. Äh, versprechen wir uns heute. Also ich lege auf jeden Fall auch den Mast ein. Okay, und dann? In welche Richtung? Warte, das ist eine Mannschaftsprobe. Der W20 wieder. Möchtest du mitmachen oder möchtest du fliehen? Ich hab noch keinen Schaden gekriegt, also mhm. Ja, aber das sind zwei Schöpfe von euch untergegangen. Ja, das ist umgekehrt. Es ist eine Argumentative 2 gegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die drehen wir ich nur reden nochmal. Die kriegen wir sowieso nicht mehr kaputt. Ja, es klingt so, als sollten wir abhauen. Äh, dann drehe ich auf der Stelle. Mhm. Und fließt. Ja. Alles klar. Wo ist dein Mann überfohlen? Ach, Ossana bleibt drin. Äh, die Wille des Patriarchen, was möchtest du tun? Ja, die Wille des Patriarchen wäre ja jetzt normalerweise Raumgeschwindigkeit. Da hätte die dann einen Plan. Äh, benutzt die... Äh, macht weiter. Also klar, die geht auf Raumgeschwindigkeit. Und sobald die auf Raumgeschwindigkeit ist, kann die für drei Runden lang sieben Züge ziehen. Äh, das heißt, der kommt in und aus der Reichweiten raus. Und... Du musst erst die Manöverprobe fürs Mast-Einlegen schaffen, sonst verlierst du den Punktgeschwindigkeit. Jetzt kommt die 20. Brennen muss ich auch rüffeln. Okay. Also ich schaffe meine Manöverprobe. Wir schaffen die ja. Ja. Gut. Also es ist die Wille des Patriarchen bis hierhin und nicht weiter. Ja, die Wille des Patriarchen, dann kauft euch Zeit. Ähm, dann wird tatsächlich, äh, die Schande von Maikis wird euch nicht verfolgen. Äh, die Agostana kann ein bisschen, äh, auf Entfernung schießen. Während, äh, ja, die Glut von Garen wird weiter geändert. Das bekommen die anderen Kiraten wohl nicht mit. Aber die Flussvater und all die anderen Schiffe schießen dann, äh, sowohl die Agostana als dann auch die Wille des Patriarchen klein. Realistischerweise kann vermutlich die Glut von Garen sich dann absetzen, wenn die selber abdrehen. Genau. Bis die mitkriegen, bis die mitkriegen, dass die halt wirklich abhauen und nicht einfach nur bei Manövers schludern, sind die schon irgendwie für ein Fechse weit weg und können raus. Genau, die Agostana nehme ich euch weg und die Wille des Patriarchen wird euch einen, ähm, langen Sieger kaufen, beziehungsweise die, die Flucht ermöglichen. Die Taluken werden, äh, schwer beschädigt, gehen teilweise unten unter, aber die Schande von Maikis wird dann letztendlich über die Wille des Patriarchen triumphieren. Alles, was ihr habt, ist die Glut von Garen und, äh, einige Piraten, die verletzt sind. Einmal, wir haben quasi, wir haben knapp die Hälfte wieder rausgebracht. Würden wir das ausspielen, würde die Wille des Patriarchen da siegreich durchgehen, nur dass wir das Messer einmal verletzt haben. Vermutlich tatsächlich auch, wenn sie sich befähigen kann, weiter als die schießen können. Äh, du musst dran denken, dass die, äh, Schande von Maikis genau dasselbe kann, wie die Wille des Patriarchen. Ich wollte gerade sagen, das ist genau das gleiche Schiff und die ist unbeschädigt. Realistisch, aber realistischerweise, ich würde ihm zutrauen, dass er jetzt noch drei Taluken mitnimmt. Ja, wie gesagt, die Taluken, die Taluken wird euch gemeinsam mit der Agostana wegnehmen, aber... Das halte ich für realistisch und dann wird er vermutlich geändert. Ja. Ausgezeichnet. Das war Seekampfsystem, nach Erfahrts wogen, nachzulesen, ähm, 124 FF fortfolgende. Und das ist es, liebe Leute. Das einzige übernötig komplizierte Subsystem in DSA, das nicht scheiße ist. Also mir hat es irgendwie richtig Spaß gemacht. Ganz ehrlich. Ich bin kurz davor, das einfach zu stehlen, damit ich die Zukunft habe, falls ich es irgendwo brauche. Also ich meine, ich meine, es ist echt viel zu rechnen, das ist es. Aber es macht mir trotzdem Spaß, weil die Ergebnisse lustig sind. Und ich habe ein Schiff geentert. Wie geil ist das? Also damit hätte ich auch nicht gedacht. Das einzige, was man machen müsste, ist halt nochmal mit einem Feinzahning-Kamm über die Bewegungsregeln gehen und schauen, wie die wirklich sind. Denn ich glaube, wir haben die an ein, zwei Stellen ein bisschen... Das kann sein, ja. ...bisschen frei ausgelegt. Aber wir wollten ja auch durchkommen, right? Ich wollte gerade sagen, also wir haben jetzt ein bisschen mehr als zwei Stunden. Irgendwie so roundabout. Ah, zwei Stunden für ein Gefecht mit, sagen wir, einem insgesamt in Dussen-Beteiligten beschwere ich mich nicht drüber. Also ich wollte gerade sagen, das haben wir richtig gut drunter. Ich glaube, auf Mannstärke Kämpfe geführt, die länger gedauert haben. Ja, ja. Gleich mit Leitheim. Also ich meine, die Karte war jetzt nicht so sonderlich spannend. Es gab halt die Begrenzung auf der rechten Seite. Der Wind, den fand ich ganz interessant, dass die auch da viel gedreht hat, dass man da berechnen konnte. Aber mir hat das echt viel Spaß gemacht. Kann man machen. Go.